Aaron Paul mal so und so viel, Tessa Thompson in Rage, Daniel Wu, der nicht das ist, was er vorgibt zu sein, Fanny Newton in Form einer Perle und natürlich Jeffrey Wright als Nostradamus-Verschnitt, ob uns das passt oder nicht. All das gibt es in der sechsten Folge von Westworld diese Woche zu sehen und daher auch in unserem Recap zu hören und für das gilt wie immer, nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde nimmt schnell ein wildes Ende. Bringt euch bitte wieder online zum mittlerweile sechsten Mal bei dieser vierten Staffel Westworld für die Folge Genauigkeit und da hier alles im Zeichen dieser Folge steht, stelle ich mich natürlich professionell, wie ich nun mal bin, vor. Hi, ich bin der Dom und wir haben natürlich für die Besprechung, für das Recap wieder zwei Gäste an Bord, nämlich einmal den Christopher. Ich bin immun, Dom, und von mir wirst du nichts erfahren. Ja, es geht doch nicht über ein kleines bisschen Hoffnung. Und Thema Hoffnung, der Tilo ist auch hier. Genau, der alte Schwede aus München ist genau mit der Genauigkeit und deswegen genauso wieder am Start. Oh ja, stimmt. Oh, das habe ich jetzt echt vercheckt, dass du ja der Mann in Blau-Weiß bist. Blau-Gelb, bitte. Genau, Blau-Gelb. Blau-Weiß ist eher, ja, okay, die Region, wo man nicht gerade... Das sind die anderen. Ja, genau, das sind die anderen. Weißt du, da bist du einmal eine Woche nicht da und dann verchecke ich das. Unglaublich, ja, also einmal lässt man euch allein. Echt, bin echt enttäuscht. Ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Ja, gut, das kommt uns auch bekannt vor aus der Folge. Oh, ja. Tilo, ja, Stichwort, du warst ja letzte Woche nicht da, sondern der Paul, schöne Grüße und einen schönen Urlaub. Ich hoffe, du wirst ordentlich braun und bist dann wieder beim Finale mit am Start. Tilo, wie gefiel dir denn die fünfte Folge? So, dass es mich tatsächlich geärgert hat, dass ich nicht dabei war, denn es war für mich die absolut stärkste Folge bisher dieser Staffel und auch eine der besten Westworld-Folgen überhaupt von allen. Ja, ja, definitiv. Also, die hat mich echt weggehauen. Also, das war so tiefgründig und, ja, war auch schon viel wieder so, wir vergleichen es ja immer ein bisschen, weil es auch stimmt, so ein bisschen von Matrix dabei, aber vom guten Matrix, ja. Bloß ohne die Action, weil, sagen wir uns ehrlich, viel Action war nicht in der Folge, hat aber überhaupt nicht gestört. Und die war der Schwachpunkt. Die war der Schwachpunkt, die war richtig scheiße sogar. Aber der Rest, also, im Grunde ging es ja fast nur um, ja, um Dialoge oder Erkenntnisse und das war halt so bockstark und da war so viel starke Szenen und, also, ich, ja, die habe ich jetzt richtig geflasht. Also, und es war echt traurig, dass ich nicht darüber mit euch plaudern konnte. Aber, mein Gott, man kann ja nicht immer alles haben. Ja, wir haben da auch ein bisschen was versäumt. Der Paul, der hatte ja so ein bisschen diese philosophische Dimension auch eingebracht in unserem Recap, also, im Hinblick auf diesen, ich weiß nicht, hattest du den Titel der Folge auf dem Schirm? Nee, hab nicht gewusst, was das sein soll. Das ist ja, also, ist ja der Name eines chinesischen Philosophen und Vorreiters des Taoismus und jemand, der, der sich damit gerühmt hat, dass er alles hinterfragt und sich keiner Norm angleicht. Das passt ja wunderbar und gerade, naja, also, bei der Folge halt dieser Titel, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Und wir waren aber, also, ich zumindest war letztes Mal da nicht so drauf eingegangen, weil es gibt ein ganz bekanntes Gedicht von dem, der Schmetterlingstraum, den hatte ich zwar erwähnt, aber war da nicht mehr großartig drauf eingegangen. Ja, stimmt. Weil das hat im Hinblick auf, ja, diese, diese Hey-Loris-Christina-Dualität auch nochmal einen interessanten Aspekt. Also, in diesem Gedicht geht's darum, dass halt dieser Juan C. manchmal träumt, er sei ein Schmetterling und sich dann halt fragt, bin ich dann der Schmetterling, der träumt, ich wäre Juan C. oder umgekehrt? Ah, okay. Also, auch wieder die eigene Realität hinterfragend und, also, hab's ja letztes Mal schon gesagt, aber das, letzte Woche, das war wirklich eine Offenbarung. Ja, kann man so sagen, ja. Also, gekrönt von, von Tessa Thompsons Charlotte Chair. Also, die, die könnte man, äh, Emmy krönen, also wenigstens fürs Drehbuch, die Folge, ja. Ja, durchaus. Allein schon für die Dialoge, ja. Ja, ob sie, ob sie, äh, das bekommen wird oder andere Sachen, weil, äh, das kann ich jetzt mal kurz hier mit einbringen. Wir sind ja mittlerweile bei der sechsten Folge und wenn wir mal so ein bisschen die Uhr zwei Jahre zurückdrehen, dann hatten wir bei der, äh, sechsten Folge der dritten Staffel 2020 zugleich die Ankündigung, dass Staffel 4 kommt. Jetzt haben wir hier Staffel 4, aber die Ankündigung, ob jetzt Staffel 5 kommt oder nicht, lässt noch auf sich warten. Hm. Alles Taktik, Mann, alles Taktik. Lassen uns zappeln, wie auf heißen Kohlen, lassen sie uns hin und her straaten und dann, dann kommt es. Ja, ich bin, ich bin gespannt, also, äh, ich hatte auch mal so ein bisschen geguckt, also, die Quoten in den USA, die sind wirklich so ein Auf und Ab, also, die Staffelpremiere so eine absolute Katastrophe gewesen sein, dann hat es sich wieder gefangen, dann ist es, äh, hinten rüber gefallen und jetzt hat es sich so ganz leicht stabilisiert, aber eben auch auf einem sehr niedrigen Niveau, also, die, die Einschaltquoten der dritten Staffel sind nochmal locker um 75 Prozent vermindert worden in Relation. Was man natürlich aber bedenken muss, vor zwei Jahren gab es noch nicht so wirklich HBO Max und, äh, ich, äh, hab ich ja schon oft gesagt, ich kann mir vorstellen und das leite ich auch so anhand der, äh, Klickzahlen hier auf, äh, YouTube oder generell ab, äh, von unserem Recap, ist, ist möglich, dass viele nur die erste Folge geguckt haben und sich dann gedacht haben, ach, jetzt, also, diese, diese Binge-Mentalität ist, glaube ich, heutzutage sehr, sehr stark und das schadet an den Stellen solchen Serien, aber auf lange Sicht, glaube ich eher nicht, oder wie siehst du das, Silo? Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert, also, man kann es ja jetzt auch noch nicht wissen, wie es aussieht, wenn jetzt die Staffel mal durch, äh, gelaufen ist und dann gebinght werden kann. Ich bin ja tatsächlich auch so einer, der, äh, tatsächlich bei, oft bei Serien wartet, bis die, äh, Staffel durch ist. Die, toll. Und sie dann erst anschaut, äh, bei manchen geht's nicht, wie jetzt bei Westworld, wo ich einfach nicht warten kann, äh, oder, oder sie halt besprechen muss, je nachdem. Oh, besprechen muss. Mal so, mal so. Ja, 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 das ist ja eine, eine Pflicht, die wir hier erfüllen, nicht wahr? Genau, ja. Gegenüber dem Zuschauer, also, das ist ja auch ein Service, ich, wir haben ja vorhin, ähm, Backoffice-mäßig schon drüber gesprochen, ich, ich stehe ja selber auch auf Recaps und bei Serien, die, ähm, die, ähm, die mir sehr viel bedeuten, wo ich da irgendwie Hintergrund Infos haben will, da bediene ich mich auch an, äh, Recaps und deswegen versuche ich ja da auch irgendwie jetzt, ja, also wir versuchen das ja so, so ein bisschen auch einen Service zu bieten und, äh, über Sachen zu sprechen, die einem vielleicht nicht gleich aufgefallen sind und, ähm, ja, das Ganze ja so zu sezieren einfach mal, weil uns das ja auch, auch Spaß macht. Aber weil man, wie gesagt, auch, ähm, was vermitteln kann, was jetzt beim ersten so weggucken vielleicht einfach nicht, äh, auffällt oder weil man jetzt vielleicht, so wie du, äh, sämtliche, äh, Inhalte von den vorherigen Staffeln noch im Kopf hat, wer da was in der zweiten Staffel, dritte Folge gesagt hat, also da, äh, bist du ja da, der Brainiac. Ähm, ja, aber, äh, ich glaube, es ist, es ist genauso bei den Zuschauern, da gibt's bestimmt viele, die warten, bis die, äh, bis die, äh, alle acht Folgen durch sind, es ist ja jetzt nicht so viel, äh, um es zu bingen und es gibt bestimmt auch welche wie wir, die es jetzt jede Folge schauen und, äh, ja, dann werden wir ja sehen, ob dann vielleicht, ähm, unsere Recaps dann auch plötzlich von anderen Leuten nachgeholt werden. Die Frage ist halt auch bei den Leuten, die halt altmodisch von Woche zu Woche gucken, inwiefern hat sich da die Mundpropaganda positiv auf Westworld ausgewirkt und hat man verlorengegangene Zuschauer wieder zurückgewonnen? Weil, wie Dom schon gesagt hat, das mit den Einschlagquoten ist in den USA ein Auf und Ab gewesen und da kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dann hast du da so eine WG, der eine in seinem Zimmer, der andere in seinem Zimmer, ey, Mann, Westworld ist wieder gut. Echt, Mann? Ja, schalt ein, okay. Und möglicherweise müssen erstmal wieder Leute überredet werden dazu. Ja, kennt man ja. Und dann beim nächsten Mal treffen sagt er, und, hast du jetzt schon angefangen, Westworld zu gucken? Nee, immer noch nicht, Mann, musst du machen, ich will dir drüber reden, Arsch. Ja, über jede einzelne Folge ausführlich zwei Stunden. Natürlich, so wie wir. Also, ich hab das ja auch immer so ein bisschen auf Twitter beobachtet und da ist tatsächlich mittlerweile so, so ein bisschen der Konsens, der sich für mich zumindest rausschält. Das Interesse an dieser Staffel war nicht sonderlich groß. Es wurde jetzt auch nicht ganz so viel Werbung gemacht wie bei der dritten Staffel. Die hat einfach sehr viele verprellt und die zweite war ja auch schon umstritten. Aber, äh, es gibt jetzt tatsächlich, also die, die, äh, gute Mundpropaganda, die spricht sich anscheinend doch jetzt irgendwie rum bei der Staffel. Ja, aber ich denk mir schon, dass der, der Start nicht leicht war, weil die, die dritte hat schon so ein, hat schon ein bisschen abgeschreckt, weil sie halt echt deutlich schwächer war und einfach so viel generischer war. War viel wie so, also andere Science-Fiction-Serien, nicht mit viel Tiefgang. Äh, dann auch mit Vincent Cassell plötzlich als so neuen Bösewicht und den bösen Supercomputer und so. Das war alles so, ja, war nicht mehr Westworld irgendwie für mich. Ich weiß nicht, habt ihr Altered Carbon gesehen? Die erste Staffel ja, die zweite nicht. Ja, und die, die zweite war genau so, die hat das auch irgendwie so verwässert dann und irgendwie so, so unbedeutend gemacht und, und so ging's dann, glaub ich, auch bei, nach der dritten Staffel und dann war ja auch so eine riesen Zwangspause bis zur vierten und dann irgendwie ist es so ein bisschen aus dem Gedächtnis verschwunden von den Leuten und dann haben sie auch nicht viel Geld in die Werbung stecken wollen, äh, oder dürfen. Und, äh, jetzt musste sich die Serie da irgendwie durch ihre eigene Kreativität oder durch den Content selber wieder die Fans, äh, ans Ruder holen und das schafft sie anscheinend auch und das spricht ja nun mal wirklich für diese Staffel. Ja, vor allem liefert diese Staffel jetzt wirklich schon zum dritten, ja gut, für viele ja schon zum vierten Mal, für mich tatsächlich zum dritten Mal stark ab mit dieser Folge, auch wenn das hier, es ist, es ist so ein bisschen eigentlich wie, äh, in der dritten Staffel, äh, das hier ist wirklich eine starke, also so die, die starke Version einer Brückenfolge, würde ich sagen. Die hatte die dritte, ich glaube auch mit der sechsten Folge auch zu bieten, äh, ich bin, also ich will hoffen, dass eine fünfte Staffel noch angekündigt wird. Ja, die größte Hürde ist aber eben, äh, hatten wir schon öfters drüber gesprochen, der neue Warner-CEO, ne, der gerade bei HBO Max, äh, sehr, sehr viel Einsparung machen will und Westworld ist halt eine saumäßig teure Serie, ne. Also, ich, ich hab letztens mal die Statistiken tatsächlich gesehen und wirklich jede Staffel, also die erste ging wohl noch so, die hat so 90 Millionen gekostet, aber die beiden anderen, äh, in Wahrweise 100 oder über 100 Millionen Dollar, ne. Ist ja auch nicht verwunderlich bei der Besetzung, etc., ne. Aber gut, äh, nee, wir springen rein in die sechste Folge, die da heißt Fidelity bzw. Genauigkeit und damit deutet sich dann natürlich schon so ein bisschen an, worum es hier gehen wird. Entstanden ist das Ganze unter der Regie von Andrew Sacklier, der ist, pfff, ja, ich wundere mich ehrlich gesagt, wie der hier gelandet ist, weil der ist nahezu fast noch ein unbeschriebenes Blatt, zumindest was Regie angeht, der, äh, ist eher so aus dem, ja, äh, Editor-Department, also halt Schnitt hat der sehr viel gemacht. Und das macht sich bei dieser Folge, wenn man's dann weiß, auch wirklich bemerkbar. Das, äh, Drehbuch ist in erster Linie geschrieben von Jordan Goldenberg, der ist ein Nolan, äh, also Christopher Nolan Weggefährter auch seit Prestige, also der ist seit Prestige, hier Inception, Interstellar, war der überall als Produzent mit an Bord. Und der hat auch schon mal, glaube ich, für die erste Staffel Drehbücher geschrieben zu Westworld. Und, äh, ganz neu dabei, beziehungsweise dann jetzt hier mal ein bisschen namentlicher genannt, Ellie Rock, die, äh, Staff Writer ist, ich glaube, auch schon seit der zweiten Staffel oder seit der dritten zumindest. Also bei der, bei der zweiten war ja noch diese Gina Edwater mit, äh, dabei. Ja, ist eine bunte Truppe mittlerweile. Ja, es ist wirklich eine bunte Truppe. Also es muss wirklich ein, also, äh, ich, ich glaube, es gab wirklich bislang kein Skript, was nicht zwei Writer's Credits hatte. Und das ist für so eine Serie, also es ist jetzt nicht völlig ungewöhnlich, aber, äh, dass sich das so durchzieht, ne? Ja, vor allen Dingen bei so vielen Leuten und trotzdem ist es irgendwo ein homogenes Produkt, weil du hast bei manchen Serien, da merkst du verschiedene Einflüsse. Da gibt es immer so tonale Ausreißer in die und die Richtung, wenn du so viele verschiedene Leute da am Steuer hast. Aber Westworld ist in seinem Ton gleichbleibend und in der Art und Weise, mit was für einem Rhythmus die Geschichten erzählt werden. Du hast trotzdem eben ein sehr klares, homogenes Produkt, trotz der vielen Leute dabei. Das ist ungewöhnlich. Ja, obwohl bei der Schreibe würde ich da durchaus, also, ähm, weil da gab es schon so Momente in den ersten vier Folgen, wo ich mir so dachte, hä? Aber gut, da kommen wir dann vielleicht auch nochmal, äh, in einer potenziellen Abschlussbesprechung zu. Wir, äh, springen rein in die Folge mit einem Cold Opener natürlich. Cold Opener, Cold Opener, Cold Opener. Ja, äh, Tilo outet sich grad schon als großer Fan hier von Cold Opener. Ohne Cold Opener fehlt dir was. Nee, ich mach dich nur nach. Ach so, okay. Du bist der Fanboy. Ja, aber an der Stimmlage musst du noch ein bisschen arbeiten, glaub ich, ne? Okay, krieg ich hin. Ja, out, jetzt wird's unheimlich. Wir beginnen das jedenfalls mit einem Ort, der so typisch Westworld ist wie kein anderer, wo jeder sofort Westworld schreien würde. Wir sind auf einem Kinderspielplatz. Ja, aber ganz ehrlich, als ich die ersten Bilder oder die ersten Frames nur gesehen hab, an was hat's mich erinnert? Na, oder euch vielleicht auch? Ja, so würde ich sagen. So schaukelnde Kinder in Zeitlupe. Ja, und irgendwas, äh, Apokalyptisches. Ja, aber wirklich. Dö, 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 genau. Terminator 2 ist eine Nightmare-Sequenz von, äh, Sarah Connor. Ja, immer noch die beste Explosion aller Zeiten. Auf jeden Fall, ich glaub, da hat sich jemand inspirieren lassen. Ja, das dürfte ein optisches Zitat sein, auf jeden Fall. Ja, weil wir ja gerade von der Tonalität sprachen, die haben wir ja auch, äh, aber auch wieder mehr so, also insbesondere was jetzt diese ganze Sequenz angeht, eher so wieder mehr in die Horror-Richtung. Ne, also das eben, was so für mich persönlich diese Staffel bislang am stärksten auszeichnet. Ja, Christopher, go on. Ja, Kinder spielen vergnügt, alles ist ganz unschuldig und so bleibt es dann auch die ganze Zeit. Nein, wir sehen einen Jungen, der dort ein bisschen verloren wirkt und dann gesellt sich Caleb's Tochter zu ihm, Frankie, hier noch im Kindesalter. Wir wissen also, in welcher Timeline wir uns bewegen. Genau. Und sie hat erstaunlich viele Informationen, sie spricht ihn an auf seinen Bruder, was mit seinem Bruder passierte, warum diese Dinge mit seinem Bruder passierten, warum er verschwand und dass er doch jetzt am besten mit ihnen kommen sollte. Genau, es ist, äh, der hat auf dem Spielplatz, soweit ich weiß, also ich glaub, der Name des Bruders wird auch erwähnt, ich glaub, Daniel, der hat auf dem Spielplatz halt immer gespielt und den irgendwie beim Schaukeln angeschubst oder was, ne? Ähm, und der ist dann, äh, ein bisschen, sagen wir mal, baff, woher sie das alles weiß, aber geht dann mit ihr. Und, äh, wo führt sie ihn natürlich hin? Zu Juwade oder Uwade, der, äh, Frau von Caleb, die sagt ihm dann eben, äh, ja, dass, äh, äh, er zu viele Fragen stellt. Der sucht nach seinem Bruder, sein Bruder ist anscheinend verschwunden und wurde irgendwie mitgenommen und der stellt aber zu viele Fragen nach dem Verbleib und deshalb, äh, wollen sie, äh, ihn, also denjenigen aus dem Weg räumen und derjenige stellt sich dann, ich weiß nicht, stellt er sich schon in der Szene hier als derjenige welche heraus? Nein, das ist ja der, der Twist später. Das ist der Twist? Ja. Ja, also wir, wir haben hier Calebs Tochter, Mutter und die restlichen Ausreißer, die dann halt mit dem Jungen sofort verschwinden wollen, weil sie denken, wir haben nicht viel Zeit, sie sind uns schon auf den Spuren. Übrigens kann ich mal ganz nebenbei sagen, das ist wohl ein Problem mit der deutschen Synchro, ich weiß nicht, was sie da auf Englisch sagen, aber dass die Ausreißer ein sowas von beschissener Name ist für diese Rebellenfraktion, das klingt irgendwie wie, 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 wie so eine Schülerkomödie aus den 60ern, das ist ziemlich lame. Ja, die Lümmel aus der ersten Reihe. Der Paukerschreck. Wobei, ja, wobei, wobei man jetzt sagen muss, die Rebellen sind ja nicht die Ausreißer, sondern die Ausreißer sind ja die, 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 die Menschen, die durchdrehen. Ja, sicher. Ja, das stimmt schon, also so falsch ist es gar nicht, weil das ja wirklich Ausreißer aus dieser künstlichen Gesellschaft, künstlichen Welt sind und die wollen es halt einfangen. Da hat es mich wieder so an Matrix erinnert, das ist so wie die Leute, die die blaue Pille nehmen. Ja, die müssen sie ja dann auch erstmal abholen, ne, in ihrer Batterie da oder in ihren komischen Zellen, ne. Also da war wieder so eine ziemliche Parallele, die ich entdeckt hab, aber gut, also mich hat das jetzt nicht so gestört, der Ausdruck. Die Szene, die hat ja auch durchaus noch mehr von Matrix, ne, sagen wir es mal so. Oh ja, Freeze Baby. Freeze Baby, genau. Die, die stellen dann fest, dass sie irgendwie auch schon lokalisiert wurden, also ich nehme an, die haben da irgendwas gehackt oder was, das haben sie ja auch schon in früheren Folgen erwähnt, dass sie da irgendwie Drohnen gehackt haben, sie merken, dass sie lokalisiert wurden und dass sie schnell weg müssen. Und jetzt kommt was sehr Amüsantes, was, glaube ich, dem Kollegen Paul nochmal sehr schöne Grüße in den Urlaub wirklich freuen dürfte, denn Juwade sagt dann, glaube ich, zu den anderen, ja, wir dürfen uns nicht zu schnell bewegen, weil sonst werden wir angestarrt und das ist auffällig. Und dann dachte ich mir so, ah ja, früher, früher kamt ihr das auf die Reihe, aber in der fünften Folge, wo ihr dann alle erwachsen seid, nicht? Ja, das stimmt, da habe ich auch an Paul denken müssen, das war ja sein großes, großes Fass, was er aufgemacht hat. Und wenn ich dabei gewesen wäre, ich übrigens auch. Ich hätte in dasselbe Horn gestoßen, weil mich das so aufgeregt hat, wie dämlich die sich da verhalten haben. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, also siehst du, sie wissen doch anscheinend, dass man sich gefälligst da irgendwie assimilieren muss und nicht rumrennen darf. Naja gut, aber einer fällt natürlich immer aus der Reihe und, sag mal, habt ihr ja auch vom ersten Augenblick gewusst, der macht's nicht, oder? Oh nö, also es wurde erst bewusst, als die Fliege auf seinem Gesicht landete. Achso, ich habe vorher schon gemerkt, allein wie der aussah, der kommt nicht durch. Ja, der sah ein bisschen. Von Red Shirt wie bei Star Trek. Ja, der hat ein rotes Hemd an. Der sah ein bisschen poserartig, der sah ein bisschen aus wie so ein jugendliches Model im C&A-Katalog, so tief in Euro, so sah der aus. Oh my God. Der war zu glatt gebügelt, der Junge. Ja, der hat's nicht geschafft. Wobei ich jetzt hier noch einwerfen muss zur fünften Folge. Also du und Paul, ihr habt schon irgendwo recht. Auf der anderen Seite, ich habe halt nochmal nachgedacht, so über diesen Wettlauf zu dieser Ausreißerin, die stand ja auf einem Dach. Und die mussten natürlich so schnell wie möglich dahin, bevor die sich was antut. Es war irgendwo auch ein Wettlauf, weil wirklich bekämpft haben die sich eigentlich nicht wirklich. Da gebe ich dir tatsächlich recht, das war auch das Einzige, wo ich so ein bisschen überlege, klar, die waren unglaublich unter Zeitdruck und weil der William war ja auch schon schneller, der war ja schon vor unserem Rebellen oben. Und in dieser Folge kommt er jetzt raus, dass er sogar noch schneller hätte sein müssen, aber da kommen wir später dazu. Genau. Der Typ, der aussieht wie ein Unterwäschemodel, schafft es tatsächlich nicht. Aber was passiert eigentlich genau? Host Drohnen, zwei Stück zumindest, kommen in die Fußgängerzone gelatscht. Es gibt vorher diesen lustigen Fliegensound, den wir auch neuerdings in unserem Intro versteckt haben. Wer ihn rausgehört hat, schreibt gerne in die Kommentare. Also es gibt diesen Fliegensound und die erstarren alle und zwar wirklich die ganze Umgebung. Und ich muss sagen, das fand ich sehr, sehr toll, weil das Geile ist ja, also sie sind ja da auf dem Spielplatz. Das heißt, die Kinder erstarren in ihren Schaukeln, schaukeln aber trotzdem noch weiter. Ja, ein Fußball rollt weiter und irgendein Pärchen, was da ist, da läuft der Wein über. Der gute Wein. Genau, was auch eine Anspielung, glaube ich, auf Staffel 1 war. In dieser Szene, wo Robert Ford, die Angestellten alle erstarren wird. Richtig. Richtig. Stimmt, die schütten weiter ein, die schütten weiter ein. Ja, ja, ja. Wir haben jeden Millimeter entworfen. Ja, genau. Fand ich richtig toll atmosphärisch. Hatte auch wieder so ein Horror-Flair einfach. Vor allem dann diese Host-Drohnen, die müssen eigentlich nur da stehen und ich finde die creepy. Ja. Tut mir leid. Ja, wobei ich finde es ein bisschen seltsam, dass die anderen werden eingefroren und die Leute, die nicht zum System gehören, stehen einfach still. Und das reicht aus, um die Host-Drohnen zu täuschen. Da habe ich mir auch gedacht, was für Sensoren haben die. Ja. Die gucken nur einfach mal kurz hin. Genau, die müssen das doch irgendwie registrieren können, dass diese Leute eben nicht gerade eingefroren wurden. Das ist ein Blödsinn. Fand ich auch ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Und dann hat es mich jetzt gewundert, lag es jetzt dran, ich meine, als dann die Fliege kam, wollte die den Typen jetzt nochmal infizieren. Die wollte ihm ins Auge krabbeln. Dann hat er geblinzelt und dann das Blinzel hat er im Sounddesign so einen Lärm gemacht, dass sich die Drohne umdreht. Das fand ich halt auch irgendwie ein bisschen lächerlich. Ja. Weil ich glaube, blinzeln dürfen die ja schon, die erstarrten. Ich glaube, ich habe sogar den einen oder anderen schon mal blinzeln gesehen. Ja, okay. Aber vielleicht war das auch nur so ein Blooper. Nee, die sind, glaube ich, wirklich komplett erstarrt immer alle. Also, da gibt es ja auch wirklich die bizarrsten Verrenkungen bei manchen dann auch, ne? Also, dass die irgendwie mitten ... Ja, ja. Aber das Blinzeln kann die Drohne nicht gehört haben. Nee, nicht gehört. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht ... Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem T-Rex in Jurassic Park. Wenn man sich halt bewegt, dann werden die aktiv. Auf jeden Fall wittert diese Drohne das und packt den Typen sofort an der Kehle. Und die anderen nutzen das dann aber, um abzuhauen. Aber vorher, vorher gibt es noch, als die Host-Drohnen dann eben da durch die Reihen gehen und Frankie und ihre Mutter so tun, als seien sie gefreezed, da gab es halt diesen Creepy-Shot aus dem Trailer, wo Frankie da steht und diese Host-Drohne sich zu ihr runterbeugt. Und das ist so fucking creepy gewesen, zumindest im Trailer. Aber wie gesagt, diese Drohnen, die flößen mir so einen Respekt allen. Nach der Folge vielleicht gar nicht mehr so, aber na ja. Ja, ich finde, nach der Folge haben sie auch so ein bisschen verloren an Creepiness bei mir. Ja, die hätten ihr Power ein bisschen upgraden können irgendwie. Ja. Da war kein Geld für da. Sind halt nur Drohnen. Genau, auf jeden Fall werden sie erwischt. Die Host-Drohne macht den Typen kalt wahrscheinlich und die schaffen es zu fliehen. Auch sehr leicht, weil ich kann mich erinnern, da waren zwei Host-Drohnen. Und wenn die jetzt Bewegung wahrnehmen, dann müssten ja, weiß ich nicht, dann müsste die andere das ja irgendwie ... Also, die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite und checkt die Leute aus. Aber ja, das war so ein bisschen ... Meine Erklärung dafür ist, dass es passiert ja in diesem gesamten Code-Opener noch so viel, dass man da einfach keine komplette, komplexe und allzu spannende Fluchtsequenz einbauen wollte. Dieser Code-Opener ist reich an Information und jetzt noch eine Verfolgungsjagd da einbauen wäre too much gewesen. Darum lassen wir unsere Rebellen hier weglaufen wie die Scooby-Gang vor einem Geist. Und das ging es nicht. Sehr gut. Wenn diese verdammten Kinder nicht geschnüffelt hätten. Dabei muss man sagen, diese Sequenz, wo die halt erstarrt sind und die dann halt da durchgehen, das hat halt eigentlich echt Potenzial gehabt, ne? Für auch noch ein bisschen mehr. Es ist irgendwie ... Die war zu kurz, die Szene. Schade. Mich hat das übrigens auch so ein bisschen erinnert an The Happening. Einer der gehasstesten Filme von M. Night Shyamalan. Ja, was packst du denn hier aus? Es starren ja auch alle im Park kurz, bevor sie sich alle umbringen selber, ne? Ja. Hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Oder fangen an rückwärts zu gehen. Ja, und dann fliehen sie vor wehenden Bäumen jetzt. Yeah. Ich fand den gar nicht schlecht, den Film. Oh, oh, Tilo hat sich gerade geoutet. Doch, echt. Ich fand den auch tiefst verstörend, den Film. Und übrigens, was ich euch noch erzählen wollte, Your Next ist ein super Film, ja? Also nicht mehr Rest dann darüber. Okay, okay. Oh. Ja gut, da musst du dich mit mir anlegen. Lass doch ihn da raus. Ich hab angefangen mit Your Next ist scheiße. Ja, nee, nee, nee. Da waren zwei von euch, die gesagt haben, der ist nicht gut. Äh, ja gut, das fechten wir dann, glaub ich, off Mike aus. Mehr. Nee, war auf dem Fantasy-Filmfest total der Knaller. Crowd-Pleaser. Eben, das ist ein typischer Fantasy-Film. Ja, genau. Wollte ich nur mal loswerden. Die Scooby-Gang flüchtet dann in ein abgelegenes Haus. Genau, in ein Safe-Haus, wo sie dann irgendwie ein paar Tage bleiben. Und wo dann auch ein paar andere Ausreißer sind. Also ein paar jüngere. Und ja, doch, ich meine aber, Christopher, dass in der Szene auf dem Spielplatz schon enthüllt wurde. Oder man sich's auf jeden Fall denken kann, dass den, den sie jetzt hier mitgenommen haben, dass das der junge Jay ist. Und dass der die dann später anführen wird. Ach so meinst du das? Ja, ich hab's jetzt auch anders verstanden. Ja, ich hatte jetzt irgendwie so verstanden, dass sich hier schon herauskristallisiert, dass Jay praktisch der infizierte Verräter ist. Aber okay, okay. Nee, 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 nee. Hab ich komplett verstanden. Ah, ja. Okay, dann haben wir das beide falsch verstanden. Da sind wir, da sind wir noch nicht. Aber mal kurz, als Sie ankommen mit diesem Safe-Haus, habt ihr da auch so das Gefühl gehabt, ist es so, dass nur die Großstädte überhaupt bevölkert sind und die ganzen ländlichen Gegenden, dass da überhaupt gar keiner mehr ist? So hab ich irgendwie das fast so ein bisschen wahrgenommen. Weiß nicht, wie's euch ging? Ja, ja, das ist generell so ein bisschen die Frage, die ich mir schon länger stelle bei dem Worldbuilding, weil es wird ja irgendwie gesagt, dass Heyloris irgendwie die ganze Welt kontrolliert, aber wir sehen trotzdem eigentlich immer nur New York. Eben. Oder das, was New York darstellen soll. Und ja, es ist eine legitime Frage. Wobei wir natürlich immer auch gesehen haben, ja gut, vielleicht hat sie auch nur an gewissen Schaltstellen, wie zum Beispiel die Vizepräsidenten halt irgendwie ihre Leute oder ihre Parasiten installiert, ne? Also das Haus, das wirkte für mich von der Szenerie her einfach nicht abgelegen genug. Deswegen kann ich diesen Gedanken verstehen. Weil das wirkte nicht so, als ob du da linksherum einfach nichts hast. Das wirkte eher so wie, du hast so ein kleines Provinznest und da ist da ein Haus und dann findest du ein paar Meter weiter die Straße runter das nächste Haus. So sah das aus. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und deswegen kann ich verstehen, warum dieser Gedanke da aufkommt. Weil damit dieser, dieses Plothole, wenn man es so nennen will, dieser Zweifel an dem Worldbuilding gar nicht erst aufkommt, hätte man sich vielleicht eine sehr viel abgelegenere Location dafür nehmen sollen. Ja, tatsächlich. Ja gut, ich mein, wir wissen ja nicht, wie lange die gefahren sind, aber ja, gut, ist halt ... Es sah nicht wirklich sehr abgelegen aus. Es sah aus, als hätten die da durchaus Nachbarn. Ja, und es sah auch nicht aus wie ein Safehouse. Also, steigen da aus und winken so den anderen Flüchtigen in einem Safehouse daneben zu. Für mich sah es tatsächlich so aus wie bei so einem Endzeitfilm oder lass es so ein Zombiefilm oder ein Film eben sein, wo da einfach die Häuser verlassen sind, weil da die Menschheit schon fast ausgerottet ist. Deswegen kam für mich so diese Anleihe an solche Endzeitfilme, weil das für mich so aussah. Und das ist ja auch so, als Dolores gewonnen hat, weiß man ja nicht, was mit der Gesamtbevölkerung überhaupt passiert ist. Ja, das werden wir vielleicht auch noch so ein bisschen mitkriegen, hoffe ich, also zumindest in Ansätzen. Also, ich mein, wir sind ja schon länger in einem Endzeitszenario, aber ich mein, hier liegt ja auch noch mal ordentlich Zeit zwischen. Also, hier ist ja, das ist ja um den Zeitpunkt von Calebs Tod herum und wahrscheinlich mindestens so, ja, 23 Jahre auf jeden Fall, ne? Ja, gut, stimmt, da hat sie ja noch gar nicht ganz gewonnen. Das wusste Caleb ja noch gar nicht. Genau, das ist ja, weil Frankie gehört ja zu dieser Generation dann eigentlich, ne, also zumindest vom Alter her, zu dieser Lost Generation. You Wade spricht dann kurz mit Frankie und ist halt beeindruckt von ihrem Mut und dass das an ihren Vater erinnert. Und wir erfahren auch, dass Frankie immer noch ihren Vater anfunkt. Ja, gut, ich mein, die ist immer noch ein Kind, ne? Und wahrscheinlich ist der auch noch nicht so lange weg. Ja, ja. Also, ich glaube, dass hier und zwischen dem, was wir in Folge 3 gesehen haben, gar nicht mal so viel Zeit liegt. Glaub ich auch, weil zuletzt hat sie es ja versucht, da wussten wir ja gar nicht, dass Caleb, also da war der ja noch putzmunter, da hat sie ja schon versucht, ihn mit einem Funkgerät zu erreichen. Und sah mir jetzt nicht so aus, als würde sie es einfach machen aus der guten Zeiten willen, sondern weil sie immer noch hofft, dass er mal antwortet. Ja, weil mir hat an der Stelle sehr gut gefallen, dass man da auch durchblitzen lässt, wie verdammt einsam so ein Rebellenleben denn sein kann, dass man halt so wenig Leute auf seiner Seite hat und dass sie ja diesen Daniel sofort ins Herz schließt und über Funk sagt, ich mag ihn, ich hab mir schon immer einen Bruder gewöhnlichst und für ihn ist das in dem Moment absolut zu viel. Jay meintest du, ne? Ja, genau. Ja, das ist auch tatsächlich eine wichtige Szene, dass sie irgendwie sagt, sie sieht ihm einen großen Bruder und sie hat sich schon immer einen großen Bruder gewünscht und er weist das dann total ab und findet das auch total albern, dass sie diese Nachrichten rausschickt, weil ihr Vater ist tot, genau wie sein Bruder Daniel. Das ist eine wichtige Szene für diese ganze Folge, ne? Das ist eine Schlüsse-Szene auf jeden Fall. Durchaus. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das nochmal quasi wichtig wird. Fand ich gut. Ja, am Ende setzt sich das zusammen. Ja. Und dann haben wir nämlich hier die Überleitung und ja, irgendwo ist es auch ein Match-Cut. Auf jeden Fall haben wir die Überleitung zu Frankie, die ja in der Zukunft bekanntlich nur noch C heißt, beziehungsweise sich so nennt, aber wir wissen ja, wer sie ist. Und zuletzt haben wir sie ja, ich weiß gar nicht, wir haben sie ja, glaube ich, zuletzt gesehen, als sie mit Bernard zusammen Maeve ausgebuddelt hat, ne? Genau. Genau. Da haben wir sie zuletzt gesehen. Stimmt, in Folge 5 ist sie gar nicht aufgetaucht, genau. Sie bringt Bernard dort hier zurück zur Basis und also die haben auf jeden Fall den Plan, Maeve wieder zusammen zu puzzeln und sie will irgendwie auch Antworten aus der rauskriegen, weil sie die auch erkennt, von früher natürlich. Bernard, das ist halt auch wieder, da sind wieder Bernard, sage ich jetzt mal, Dr. Strange-Kräfte. Er weiß nicht genau, was sie als nächstes vorhat, beziehungsweise weiß das nie hundertprozentig genau. Er hat ja irgendwie Abertausend-Simulationen hinter sich, wo sie ihn auch, wo er so einige Male um die Ecke gebracht hat. Aber sie kommen auf jeden Fall irgendwie beide zu der Erkenntnis, ist, dass sie ja irgendwo dasselbe wollen und fahren dann halt weiter. Und was ein sehr schönes Detail ist, was einige Fans online entdeckt haben und ich muss sagen, ich hätte es auch nicht gesehen ohne den ... Ich muss dazu sagen, ich bereite mich hier auch immer drauf vor mit so Recap-Videos des YouTube-Kanals A Think Story, wie vor zwei Jahren auch schon. Und der hat darauf hingewiesen, also wir haben ja dann so einen weiten Panorama-Shot von dieser Wüste und da sehen wir auch die Überbleibste des Parks natürlich so in der Ferne. Und ganz, ganz links sind wohl Gebäude, die wohl nicht so wirklich ins Bild passen. Und manche haben das reingezoomt und festgestellt, das ist anscheinend eine Anspielung darauf, dass es dort eine Roman World gab. Also wie in dem alten Westworld-Film ein Themenpark hier in der Antike im römischen Reich wohl war. Oh boy. Mann, Mann, Mann. Was die alles sehen. Spezies der Überspezies. Ja. Was da alles drin versteckt ist, finde ich schon. Weil sie hatten das schon mal angedeutet in der ersten Staffel, wo Bernard da mal irgendwie ... Oder nee, nicht Bernard, wo Elsie Hughes da geht, um da irgendwie Ermittlungen anzustellen. Da geht sie auch in so einen großen Kontrollraum und dann sieht man einmal so bei ihrer Taschenlampe, sieht man einmal so Requisiten. Und dass das wohl auch irgendwie ... Also das waren so Büsten oder so, wie man die halt aus dem römischen Reich kennt. Gut, es ist irgendwo logisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Denn der Park wird neu eröffnet. Ja. Und man macht mit diesem Park größtenteils alles so wie früher. Storylines etc. Warum sollte man denn dann, wenn man sich die Mühe macht, den Park neu zu eröffnen, nur diese 20er-Jahre Gangster-World haben? Natürlich wird man da auch dann andere Welten haben, die man als Gast betreten kann, die wir halt dann nicht zu sehen bekommen. Ja. Wobei, ich hätte das gern zu sehen bekommen, muss ich sagen. Ja, unbedingt, unbedingt. Wer weiß, wer weiß, was die Zukunft ... Ah, ich glaube nicht, dass sie noch einen neuen Park haben werden. Also der passt jetzt ja ... Obwohl, ja gut, das hat man bei Staffel 4 jetzt auch gesagt. Und so rein von der Idee waren ja die Rowing 20s echt geil, ne? Ja, Moment, Moment. Was heißt hier noch ein Park? Über welche Serie reden wir hier? Die Meister des Zeitsprungs, über die reden wir hier. Vielleicht gibt's in Staffel 5 Flashbacks zu der Zeit, als der neue Park eröffnet wurde. Und dann hast du eine Storyline in der Roman-World. Ja, gerne, bitte. Ja. Würde ich sofort nehmen. Ist ein geiles Setting, obwohl wahnsinnig aufwendig. Also ich weiß nicht, ob sie das mit Staffel 5, die ja eh so auf der Kippe ist, ne? Ja. Aber war das nicht in Staffel 3, als diese beiden Scientists, die von der Maeve da ja quasi immer so als Sklaven gehalten wurde, dass die so mit einem Drachen da irgendwie was gemacht haben? Ja, das war ja nur ein Insider-Gag. Ob es so ein Game-of-Thrones-World mal gibt, oder so, na ja. Ja, so Fantasy-World, da hatten sie drauf angespielt. Und das waren ja die beiden Typen, die den Drachen zersägt haben. Das waren ja tatsächlich die Game-of-Thrones-Showrunner, ne? Ach so, ja, ja, stimmt. Die wie weiß und der Benioff, ja. Ich find's halt interessant, dass Westworld diesbezüglich sich nie traut, mal ein bisschen Humor einzustreuen mit den Gästen. Also auch einfach mal so da ein bisschen zu zeigen, wie lächerlich das eigentlich ist, wenn man sich da so einer Fantasie hingeben will. Aber das würde wahrscheinlich einiges in der Serie zerstören. So, ich will in der Roman-World dann so einen spindeldürren alten Sack sehen, der sich dann da in so ein Kostüm zwängt und so ein Schwert in der Hand hält. Mein Name ist Gladiator. So jemand, der so überhaupt nicht in das Setting passt, aber das wäre dann wohl irgendwo zu viel. Der dann so diese Russell Crowe-Gedächtnis-Pose macht, ne? Unterhalte ich euch nicht! Seid ihr nicht deswegen hier? Oh, mein Rücken. Oh, ich muss hier. Genau. Ja. I'm not merciful. So. Wir steigen nach dem Cold Opener dann ein mit Caleb. Es gibt einen kurzen Flashback zu ihm und seiner Tochter, die wohl irgendwie ein Wettrennen machen wollen. Aber das hält nicht lange an, denn er wird von Heyloris' Stimme ... Erinnern dich diese Flashbacks an irgendwas? An den Tochterquatsch mit Maeve. Ja, genau. Und diesmal hast du es angesprochen, Tino. Ja, aber ohne Scheiß, ich hab gedacht, ich falle auch vom Glauben auf. Jetzt machen sie den selben Scheiß, tauschen sie Maeve durch Caleb und machen dieselbe Optik, dieselbe schwiebelige Zeitlupen-Scheiße. Also, ich hab auch fast im Strahl gekonzt. Ja, das ... Ich mein, immerhin verwenden sie nicht den gleichen Score. Das wäre zu Peter 3. Ja. Ich kann durch die Felder spazieren. Da, da, da. Oh, hör auf! Da, 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 da. Der Score ist eigentlich so schön, aber ich kann ihn nicht mehr hören, weil ich jedes Mal an diese Scheiße denken muss. Ja, nichts gegen mich, Ramin Djawadi, aber ... Boah, ey. Naja, egal. Aber er hat seine Tochter halt auch sehr lieb, ne? Falls man's noch nicht verstanden hat. Ja, genau, mit Holzhammer. Also, das, was für Caleb ein Traum ist, ist für uns hier eher ein Albtraum, aber er wird ja trotzdem schnell heraus geweckt durch Herr Loris' Stimme, die ihn mal wieder aufweckt. Und er ist in einem Raum, in einem Kontrollraum, glaub ich, immer wieder ein etwas kleinerer. Und da sitzt ihm eben Herr Loris gegenüber und hat eine extrem schicke Sanduhr. Sie ist auf jeden Fall sehr groß und schwer. Ja. Und stylisch. Mit rotem Sand. Die alles stylisch ist, ne? Und mit rotem Sand, genau. Und wir wissen natürlich, das ist ja nicht Caleb, sondern Caleb, äh, Mac, äh, 278, glaub ich. Und der hat dann aber eigentlich nur einen Antrieb, äh, der will sofort von ihr wissen, wo seine Tochter denn ist. Und das hat mich sehr gefreut, als dann, äh, als dann, äh, ja, Herr Loris sagt, meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter, du trinkst mir eine kaputte Platte. Da hab ich echt, Wie eine Platte mit Sprung. Da hab ich geroutet für Herr Loris. Ja, für Herr Loris root ich so da so schon länger. Naja. Aber sag's keinem. Ja, aber gut. Weißt du, das ist immer so mies, wenn man selber nie in der Situation ist, und ich hoffe, kein Mensch kommt jemals in die Situation, aber, äh, man hat, das ist immer der, der klein, der größte gemeinsame Nenner. Du hast einen Protagonisten, der sucht sein verschwundenes Kind, und dann hat man automatisch das Gefühl, die Zuschauer sind alle auf, auf seiner Seite. Aber viele Leute können sich mit der Situation nicht identifizieren, und darum geht einem das manchmal einfach auf die Nerven. So, der hat dann, dann wird dann, da wird immer leichter ein bisschen, wenn man da, wenn das zu oft gesagt wird, wird ein Protagonist immer leicht ein bisschen zu Liam Neeson deswegen. Wo ist meine Tochter? Ja, genau. Wo ist meine Tochter? Wobei ich das schön fand, dass sie hier auch wieder zwei Facetten von Herr Loris irgendwie auf den Punkt kriegen. Zum einen halt diese, diese Zynik, die sie jetzt vor allem in der Staffel hatte, aber eben auch durchaus wieder eine gewisse Verletzlichkeit, die sie ja vor allem in Staffel 3 hatte, und die ich so großartig fand von Tessa Thompson. Sie sagt hier nämlich an der Stelle, ja, jeder von uns hat einen Verlust zu beklagen, und damit verweist sie eindeutig halt auf ihre, ja, Familie, ne, die sie ja verloren hat. Darf man nicht vergessen. Hatte sie ja auch. Eben, das vergisst man sehr leicht in dieser Staffel. Und vor allem erfahren wir dann jetzt tatsächlich auch, weil es, das hatte man sich schon so ein bisschen gefragt, oder? Was, was macht sie da mit Caleb? Warum steckt sie da so einen Aufwand rein, 278 Versionen von ihm da durch die Tretmühne zu jagen und immer wieder neu zu rendern? Das kann doch nicht irgendwie die Neugierde sein von wegen, ja, Maeve und, und, und Dolores haben beide so für dich geroutet, und ich will jetzt mal wissen, was die ganze Scheiße soll. Also, da ist ja mehr. Und das erfahren wir jetzt hier. Denn, mit Caleb begann quasi, der, ich werde dich jetzt richtig mies ärgern, Dom, ich werde dir sein Rise of Skywalker Zitat bringen. Denn, Caleb ist der, oder ne, fuck, ich glaube, es ist ein Last Jedi Zitat. Denn Caleb ist der Funke, der das Feuer entfacht, der die erste Ordnung, äh, Hey Loris, New World Order zerstören könnte. Denn mit Caleb hat alles angefangen, was das Immunsein betrifft. Die Fliegen haben bei ihm nicht gewirkt. Und bei anderen auch nicht. Und Hey Loris will unbedingt wissen, wie das möglich sein kann. Also, diese Ausreißer-Problematik, die sie auch mittlerweile mit den Hosts hat, die fing irgendwo mit ihm an. Und sie will dem Ganzen auf den Grund gehen und legt ihm dann auch auseinander. Ja, eigentlich, eure, eure Spezies ist, ist erbärmlich gegen unsere. Das weiß man ja. Sie hat ja schon wirklich notorischen Menschenhass. Das ist ja nichts Neues. Für sie sind die Hosts vollkommen. Sie sind unsterblich. Sie sind rational. Und dennoch handeln sie irrational, indem sie Suizid begehen. Und dass sie das gewaltig wurmt, das haben wir ja schon in Folge 5 erlebt. Und ich muss sagen, ich finde diese Entwicklung nach wie vor wahnsinnig spannend. Also, das war in Folge 5, ja, ich bin gespannt, wo das hinführt. Oder wie kam das bei dir so an, Thilo? Ja, zuerst hab ich mal gedacht, okay, wie viele Hosts haben sich da gekillt? 31 oder so? Und du denkst, keine Ahnung, wie viele Millionen oder Milliarden wird es denn geben jetzt inzwischen? Aber dass das wirklich im Grunde der Anfang vom Ende sein kann, oder eben die Schwachstelle, ja, wie man es ja oft so kennt bei solchen Geschichten, dass es da eine Schwachstelle gibt und wenn die nicht irgendwie schnell gestopft wird, dann gibt es so eine Eigendynamik und breitet sich exponentiell aus. Wie ein Krebsgeschwür. Ja, dass sie da richtig Schiss hat, weil sie es nicht versteht, ja, weil sie es einfach nicht nachvollziehen kann, wo doch alles so perfekt ist, was sie macht. Und sie ist ja Gott im Grunde. Und das finde ich schon geil, wie sich das so langsam zur richtigen Gefahr, also du sagst schön, zuerst wurmt sie das nur, aber die wird langsam richtig panisch. Und das finde ich irgendwie geil. Weil eben das kommt auch, ich finde, das kommt genau zur richtigen Zeit. Ja. Du hattest halt diesen Mega-Twist zum Mid-Season-Finale und du dachtest dir, wie will man denn jetzt gegen diese Übermacht annehmen? Ja. Aber kein System ist, Genau. Kein System ist perfekt, hier ist der erste Fehler und das macht es wieder interessant. Ja, und sie ist hier vor allem dann auch richtig Robert Ford, das habe ich ja auch schon in der letzten Besprechung gesagt, dass sie hier im Prinzip eigentlich an dieselben Grenzen stößt, wie die Menschen unter Robert Ford. Ja. Und dass sie jetzt auch solche Anstrengungen auf sich nimmt, indem sie den Caleb da eben so oft klont und den immer und immer wieder befragt. Ja. Und um das rauszukriegen, dass sie da richtig, ja, unglaublich viele Anstrengungen unternehmen muss, um endlich dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Das zeigt dann ja, wie wichtig ihr das eigentlich ist. Vor allem, er hat sich ja, also er hat sich als immun gegen ihre Parasiten erwiesen und sie hat sich wahrscheinlich bei den, äh, übrigen 270 Durchläufen daran erinnert, dass er halt was von sich gegeben hat. Er hat etwas, was sie nicht hat. Und, äh, Thilo, da hattest du ja gewaltig aufgeschönt. Ja, ich hoffe halt nur, dass am Schluss nicht doch rauskommt, es ist die Liebe oder irgendeinen Scheiß. Ja. Also bitte nicht. Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie, ich befürchte es. Ja, wahrscheinlich auf, auf jeden Fall, wie sie das aus ihm rauskriegen und eröffnet ihm dann auch, also sie, sie gibt ihm auch einen Anreiz, ne, das ist wirklich so, äh, mit Speck fängt man Mäusen, ne, oder Zuckerbrot und Peitsche, je nachdem. Ja. Sie will es rausfinden und eröffnet ihm, wenn du mir das sagst, dann, ja, lass ich dich hier raus, beziehungsweise, ich, ich, ich biete dir damit einen Ausweg aus dieser Situation hier, ne. Er, äh, ist dann aber, äh, nicht nur nicht zum Reden bereit, sondern er provoziert sie auch noch und sagt von wegen, ja, also es ist mir entfallen, also vielleicht hast du ja bei der nächsten Version mehr Glück und das gefällt ihr gar nicht, die schlägt ihm, glaube ich, ins Gesicht und haut den Stuhl weg, also, ah, ich liebe es, wenn Tessa Thompson in der Arsch ist. Ja, sie packt ihn und wirkt ihn und ich hab eigentlich zuerst gedacht, jetzt demonstriert sie eben die absolute Host-Power und hebt ihn auch hoch, aber man will ihr irgendwie jetzt nicht irgendwie diese, dieses übermenschliche Auftreten verpassen, weil, wie sie ihn zuerst am Hals packt und dann wieder loslässt, ist doch sehr menschlich, da ist nicht irgendwie zu spüren, dass sie kein Mensch ist und dann tritt sie halt aus Frust diesen Stuhl weg, ich mochte das, das war, das hat sie wieder ein bisschen down to earth gebracht. Ja, das ist was, ja, auch am Schluss dann eben rauskommt, wenn dann gezeigt wird, was dann mit diesem Caleb passiert, wo man halt sieht, dass sie halt echt stinkig ist und halt nicht gottähnliches hat, sondern dass sie sauer ist und also höchst menschlich sauer ist, indem sie halt auch so sauer reagiert, indem sie dann den Stuhl wegkickt und so, also da hat sie von der Göttlichkeit nicht mehr so viel übrig, finde ich, das fand ich auch sehr schön zu sehen. Die bröckelt auch so ein bisschen in ihrem Spiel, gerade in der Folge hier, also die wirkt ja wirklich so über alles erhaben in der vierten und insbesondere fünften Folge, ich sage nur Charlotte Chair, aber, oh Gott, diese Szene, Thilo, das, also grande, 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 hier haut sie den Stuhl weg. Also wenn es dir für die Emmys nominiert wird, dann werden sie dieses Ticket-Track machen. Wahrscheinlich, ja, müssen sie. Ich habe auch irgendwo gelesen, Tessa Thompson wird im Moment als Bond-Bösewicht ins Spiel gebracht. Oh, oh, wird auch gut passen. Ich gebe eine Katze in die Hand und schon fertig. Du musst nichts mehr an ihr verändern eigentlich. Ja, dann wird sie zum Female Dr. No dann wahrscheinlich, ne? Lohfeld. Lohfeld. Dr. Yes. Sie hat sich provozieren lassen, aber sie hat auch noch was anderes im Köcher, denn sie sagt halt, ja, also wenn du mir das nicht sagst, dann kriege ich das vielleicht aus deiner Tochter raus. Und da kriegt er dann spitz, dass sie am Leben ist, äh, natürlich Frankie, beziehungsweise, dass, dass sie die nicht in ihrer Gewalt hat. Und, äh, hey, Loris ist aber relativ zuversichtlich, dass die wohl schneller einknicken wird als er. Aber der Haken ist doch, und es merkt Caleb dann eben, dass, äh, hey Loris sie trotzdem nicht zu fassen kriegt. Also Frankie natürlich, ne? Und das ist auch etwas, was sie gewaltig wurmt. Und Caleb sieht sich dann eigentlich erst, äh, in der überlegenen Position an der Stelle, aber hey Loris eröffnet ihm dann, wir werden schon bald sehen, wie sie von mir einknickt oder wie sie ich nicht zu fassen kriege, denn sie erhält Besuch von mir. Dann wird Caleb eingesperrt und ich muss sagen, oh mein Gott, war das geil, wie, wie dieser eigentlich erst ziemlich sterile Raum plötzlich gläsern wird. Saugöller Effekt, ja. Und, äh, da ist dann eben auch, wo haben wir das zum letzten Mal gesehen? Äh, bei James Delos natürlich, ne? Und er steckt auch in so einem ähnlichen Hamsterrad, sag ich mal. Ja. Hat auch dieselbe Vernichtungsmaschinerie im Raum. Ja. Dieselbe, die ich, äh, zugegebenermaßen so großartig ich das auch fand mit James Delos. Äh, ich fand das tatsächlich schon so ein bisschen dämlich, dass die, ich meine, also, also bei Caleb ist jetzt okay, der Raum ist ja komplett leer, aber bei James Delos, der hat ja gefühlt seine halbe, äh, sein halbes Inventar da drin gehabt und sie haben das jedes Mal abgefackelt und wieder neu hergestellt. also das war ein bisschen komisch. Ja, ja. Ach, die haben zu viel Geld gehabt, glaub ich. Äh, Herr Loris macht ihm dann die Ansage, er hat sich gegen den Ausweg entschieden, äh, dem sie ihn eröffnet hat und wird jetzt wahrscheinlich, ja, sich um seine Tochter kümmern. Und, äh, in der späteren Szene bemerkt Caleb dann eben, dass auch andere Versionen von ihm, mit ihm eingesperrt sind, um ihn herum und dass die, äh, dann später auch, wie Thilo richtig sagt, mit, äh, derselben, ja, äh, Pyromaschinerie aus dem Leben entfernt werden. Ja, talking about Horror-Vibes. Das war, wie man das einsetzt, wie er dann darauf aufmerksam wird. Das hat, das hat ein bisschen was Stephen King-artiges. Er steht da eben an der Scheibe seiner Zelle. Ja. Und dann hat er diesen Nachbar Caleb, der halt aussieht, als wäre er gerade von einem Dämon attackiert worden oder als ob er gerade ein Wochenende verbrachte im Overlook-Hotel, so mit dem, dem blutigen Gesicht. Ja. Fantastisch. Da muss man auch ganz klar mal wirklich Aaron Paul hervorheben in der ganzen Folge, würde ich sagen, ne? Ja, ich hab, ich hab, ich hab mich, wie du weißt, ihm sehr kritisch gegenüber verhalten, weil ich gesagt habe, also nicht seinem Schauspiel, sondern seinem Charakter. Weil mir Caleb immer ein bisschen wie ein 0815-Protagonist vorkam und ich hab in der Vergangenheit oft gesagt, dieser Charakter fühlt sich nicht wirklich nach Westworld an. Aber im richtigen Setting und die Serie hat ja jetzt praktisch mit der Staffelhälfte ihr Setting rebooted ein bisschen mit dieser neuen Bedrohung, da passt er sehr gut rein. Er passt da besser rein als jetzt in das Park-Szenario oder in Staffel 3. Hier, finde ich, kann er deutlich besser auftrumpfen, hier ist sein Charakter besser platziert und da fällt auch Aaron Pauls eigentlich wie immer sehr solides Spiel deutlich besser auf. Das sehe ich genauso, ganz genauso. So habe ich das auch immer gesagt, in Staffel 3 fand ich einfach seinen Charakter nicht gut. Als Schauspieler kann man natürlich nichts gegen ihn sagen, aber inzwischen, ja, haben sie ihn einfach viel besser eingeführt oder reingebracht in dieses ganze Westworld-Szenario und jetzt wirkt er auch viel glaubhafter, wenn du mich fragst. Ja, sie geben ihm jetzt auch einfach mehr zu tun, ne? Er war irgendwo so ein, ich meine, die Folge, die sich um ihn drehte in Staffel 3, die hieß ja nicht umsonst Freibauer, aber es ist irgendwo auch bezeichnend, dass, naja, er wird eigentlich erst zu einer richtig interessanten Figur, als er eigentlich schon längst tot ist und eigentlich nur noch ein Host, ne? Das ist ja auch interessant. Aber schauspielerisch gibt ihm das wirklich viel, also es ist schon amüsant, wie dann, ja, oder was heißt amüsant, einfach toll anzusehen, wie da diese mehreren Caleb sind und vor allem dieser eine, der halt förmlich ein Matschgesicht hat, der ihm dann sagt, der einzige Ausweg hieraus für ihn ist eigentlich der Tod, aber der Tod ist nur der Anfang und wenn es ihm gelingt, soll er weglaufen, wenn er scheitert, soll er sich verstecken. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen, das war so ein bisschen kryptisch. Ich musste da auch wirklich, selbst in der deutschen Version, musste ich tatsächlich zweimal hinhören, was er da genau sagt. Okay. Ich weiß nicht, wie habt ihr das verstanden? Ich weiß nicht, ich fand es auch so ein bisschen cheesy, ehrlich gesagt. Das war wieder so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, jetzt gehen sie wieder irgendwelche Pfade, die diese Serie eigentlich nicht wirklich betreten sollte. So ein bisschen so 0815 Mystery. theatralische Auftreten mit dem blutenden Gesicht. Was für Texte hättest du diesem blutigen Gesicht, Caleb, denn irgendwie in den Mund legen können, die da gepasst haben? Hätte er ihm eine motivierende Rede halten sollen? Du schaffst das schon, Mann. Deine Tochter ist da draußen. Ja. Glaub nur an dich, dann kannst du alles schaffen. Ja, genau. Dann kannst du mit 1, mit 1,50 Meter NBA-Spieler werden, wenn du draußen bist. Ja. Die nimm mich an. Ich blute aus dem Gesicht. Das hat mich nicht davon abgehalten, die Fahrprüfung zu bestehen. Oder Klavier zu spielen. Jetzt halte ich dir erstmal einen Vortrag über die Negation des Seins und ja, ja, genau. Auf jeden Fall gibt er ihm einen Hinweis, dass er Zeit braucht und das ist hier wortwörtlich zu nehmen, denn Caleb bemerkt, dass die Sanduhr, die Herr Loris dargelassen hat, immer noch dort steht. Ja, und man hat sich da schon so ein bisschen gefragt, was genau verrinnt da jetzt für eine Zeit, weil wenn, also sie hat ihm ja diese Möglichkeit offeriert, dass er rauskommen kann aus der Situation, wenn er anfängt zu reden und ich dachte, dass sie ihm damit halt so ein Ultimatum stellt, aber dann hätte sie ja eigentlich die Sanduhr mitgenommen. Kann natürlich auch sein, dass sie so wutentbrannt war, dass sie die vergessen hat, aber es hat ja einen Grund, denn in der Sanduhr ist etwas versteckt. Ich weiß gar nicht, war das eine Nadel oder so? Das habe ich nicht genau verstanden. Also er hat das drauf gedrückt und dann kam so eine kleine Nadel raus, wie so ein Ding, mit dem man heimlich jemanden was injizieren würde. Genau, genau. So sah das aus, wie so ein James-Bond-Gadget fast. Ja, stimmt. Oh, guter Vergleich. Ja. Und das ist aber wohl, ja, ich weiß gar nicht, injiziert er sich das dann? Er fällt auf jeden Fall um. Soweit ich weiß. Das, ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, ob es daran lag, dass er sich was indiziert hat oder ob, keine Ahnung, irgendwie ein Gas reinströmt, aber naja, das hätte man dann irgendwie hören müssen. Ja, ich, wo du sagst, Tom, die Folge wurde von einem ehemaligen Cutter inszeniert, fand ich den Cut in dieser Szene äußerst irritierend. Er hat eine Nadel in der Hand, er hat die Nadel in der Hand, guckt da drauf, auf einmal schnitt, dass die rote, die rote Substanz läuft über den Boden und er liegt da. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was in dem Moment passiert ist. Ja, und diese Nadel rollt dann ja auch weg, aber das war so ein bisschen, ja gut, ich meine, er hat sich, vielleicht weiß ich, er hat sich irgendwie totgestellt oder was auch immer, aber ja gut, also auf jeden Fall fällt er um und wir kriegen noch einen schönen Flashback zu Frankie mit dem Wettrennen im Sonnenschein mit Gegenlicht gefilmt, was Thilo ja absolut furchtbar macht. Überspringen wir es jetzt. Das hören wir ja nicht hier. Dann kriegen wir, ja, es ist das Lustige, wir kriegen einen Flashback innerhalb eines Flashbacks, habe ich das Gefühl, aber es ist halt Westworld. Ich meine, es ist immer der Bruder von Christopher Nolan, der Showrunner ist. Wir kriegen kurz einen Flashback zu Caleb im Krankenhaus und er wacht dann ja da irgendwie auf aus dem Koma, er hat ja irgendwie wochenlang da gelegen, also Maeve hat wochenlang an seinem Bett gesessen und was ich hier ein schönes Detail fand, dass er da so an die Decke guckt und da ist halt so ein, ich weiß nicht, war das so ein Monitor? Auf jeden Fall zeigte der so einen Wellengang halt wie bei einem Strand und das war halt so wirklich genau das Äquivalent zu diesem Bild, was wir immer wieder gesehen haben, wenn es um seinen Suizid ging in der dritten Staffel. Ach was. Wo er sich da irgendwie auf dieses Geländer gesetzt hat und dann war halt sein Blick runter zu den Wellen, weil er sich ja umbringen wollte zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich das genaue Äquivalent, hatte ich das Gefühl. Ja, okay. Ich fand es einfach einen netten Touch, es war wieder so, um zu zeigen, hey, wir sind irgendwie in der Zukunft, aber nicht so wahnsinnig weit, weil es wird es ja schon geben, dass statt so einer Fototapete, einfach um die Patienten ein bisschen abzulenken, dass da einfach ein Loop läuft mit einer Brandung. Also, könnte man ja heutzutage ohne Probleme machen. Er kommt dann zu sich, er kommt sozusagen wieder zu den Lebenden und seine Krankenschwester ist, wie wir ja schon gesehen haben, Juwade oder Juwade und die ist dann relativ erleichtert, dass er wieder unter den Lebenden ist beziehungsweise, ja, dass er halt zu sich gekommen ist. Er fragt dann auch direkt nach Maeve, die ist aber natürlich, hat sich von dann gemacht, wie wir ja gelernt haben, schon in der vierten Folge und, ja, was ich hier eine ganz nette, ironische Spitze fand, sie geht dann irgendwie raus und sagt, ich hatte eine lange Schicht, also habe ich ihren Pudding gegessen. Ja, das war halt, ja, also auch so ein bisschen, um die ersten Flirt-Versuche vielleicht oder Anhörungsversuche von den beiden zu zeigen, weil so fängt ja sowas gerne mal an, auch mit so einer kleinen Frechheit, was ich liebe, das neckt sich. Also fand ich sehr nett, weil das einfach mal gemenschelt hat. Ja, gemenschelt auf jeden Fall. Ohne, dass es so cheesy wurde. Zwischendurch, also als er dazu sich kommt, leuchtet sie ihm tatsächlich auch sehr deutlich in die Augen und da haben wir dann einen Match-Cut zu einer Host-Drohne, die gerade mit ihm dasselbe tut. Die gehen dann davon aus, dass er hinüber ist, geben dem Befehl, ihn zu illuminieren und das passiert genau wie bei James Delos. Alles soll abgefackelt werden. Er schafft es dann aber tatsächlich, durch einen Lüftungsschacht zu entkommen. Da ist auch irgendwie, ja gut, ich weiß nicht, dann würde das mit dieser Nadel vielleicht wieder Sinn machen, weil ihr müsst ja bedenken, da sind ja etliche Versionen von Caleb, die diesen Wege schon durchlaufen haben, was wir ja in der Folge sehen. Und da ist ja irgendwie so ein Pfeil oder sowas reingeritzt in das Metall von dem Lüftungsschacht. Lüftungsschacht, ja. Dass du meinst, dass du es mit der Nadel gemacht hast. Genau, wahrscheinlich. Von einem Vorgänger. Ja. Was mich nur irritiert hat, ist, warum hat es unbedingt das Feuer gebraucht, damit er diese Lüftungsschacht bewegen kann? Weil anscheinend ging das ja auch so. Das Feuer hat es, glaube ich, nicht gebraucht, oder? Das Feuer war vermutlich die Motivation, einen Ausweg zu finden und dann hat er wohl vorher nie darüber nachgedacht, ob der Lüftungsschacht sich überhaupt öffnen lässt. Ja. Fand ich nur ein bisschen komisch, aber ... Er hat ja da auch erst den Hinweis gesehen, ne, dann eben wieder reingeritzt. Da ist er vielleicht auch erst auf die Idee gekommen, so zu entkommen. Auf jeden Fall schafft er es, dem Feuer zu entfliehen. Also das hat sich leider seit der ersten Folge dieser Staffel und auch dieser James-Delos-Folge nicht geändert. Sie haben hier sehr offensichtlich digitales Feuer. Also wirklich sehr offensichtlich. Das sieht leider nicht so gut aus. Aus feuerpolizeilichen Gründen ging das nicht anders. Genau. Er entkommt durch den Lüftungsschacht und was findet er im Lüftungsschacht? Um es philosophisch zu sagen, sich selbst. Sich selbst. Oh mein Gott. Denn im Lüftungsschacht ... Also auf dem Boden. Auf dem Boden. Er knallt ja auf den Boden. Und zwar öfters. Ja, in so und so viel Versionen. Ich glaub, man hat es auch schon in einem der Trailer gesehen. Er landet auf einem riesigen Ascherhaufen. Und neben ihm liegt, glaub ich, auch noch eine verkohlte Version seiner selbst. Ja. Also, ja, die restlichen 270, ne? Ja. Also kann man da halt schon davon ausgehen, dass er nicht der erste Caleb Host ist, der versucht, auf diese Weise zu entkommen. Ja. Ist, ähm ... Ich mein, wir sehen da ja noch einiges mehr von, ne? Er steht sich dann nämlich durch den Komplex und wir sehen, es ist erneut, es ist nicht Delos, es ist Olympiad Entertainment. Also halt eben die Räume von diesem riesigen Gebäude, wo ja diese Softwarefirma sitzt, für die Christina arbeitet, ne? Er sieht dann auch diesen Kontrollraum, wo er dann wahrscheinlich irgendwie ... Also das ist ja, wo er diese zwei Augengespräche mit Haloris hatte, diese Basisgespräche, sieht er die beiden Stühle und im Hintergrund lässt eine Host-Drohne etwas rendern. Er wird dann aber aufmerksam auf blutige Handabdrücke an den Türen und folgt denen und landet dann in so einem Nebenraum, ja, wo anscheinend schon für einige Versionen von ihm vorgesorgt wird, weil da stehen etliche Replika seiner Schuhe, seiner Kleidung und sogar seines Eherings. Verdammte Schweine. Ja. Das hab ich mit dem Ehering, das hab ich allerdings beim zweiten Mal erst wirklich richtig gesehen, muss ich so reden. Ich frag mich halt, wie groß war dann wohl dieser Raum bei James Delos? War das eine ganze Lagerhalle? Muss ja. Wobei mir kam der Raum immer relativ überschaubar vor, aber das war wohl die Absicht. Das ist, glaub ich, was, was keiner gerne hat, wenn er dann irgendwo in so einen Raum kommt und seine, ja, seine liebsten Besitztümer dann in so einer Schale sieht. Ja, in a nutshell so ein bisschen, ne? Ja. Jedenfalls schnappt er sich hier einen Hammer, er kommt dann aber zurück und eine Hostdrohne erwischt ihn direkt, packt ihn am Kragen, schmeißt ihn auf den Boden, wir sehen dann einen kurzen Kampf. Auch wenn ich den Kampf an sich gut finde und wie gesagt, diese Hostdrohnen haben für mich eine ziemliche Präsenz, die ist dann doch relativ einfach zu besiegen, ne? Viel zu einfach. Ja, ich war auch zwiegespalten bei diesem Kampf, weil er nimmt sich ja dann, glaub ich, so einen Reflexhammer, den der Arzt immer auf das Knie haut, um zu sehen, ob man Reflexe hat. Und dann kommt die Drohne, aber schmeißt ihn erst mal wie in so einem Superhelden-Marvel-Film irgendwie dauernd gegen die Wand, ohne ihm wirklich was zu tun. Ja, und dann kriegt er dann irgendwann doch diesen Hammer oder irgendwas anderes und kann aber diesen Panzer, was die vor dem Gesicht haben, einfach sofort durchbrechen und dann sind die hin. Und dann hab ich mir gedacht, ja, so tough sind die ja jetzt auch wieder nicht irgendwie. Da hätten die da im Park das die auch schaffen können. Also wie effektiv diese Drohnen sind, das schwankt immer extremst hin und her zwischen Terminator und Stormtrooper. Ganz, ganz seltsam. Oh ja. Genau. Als hätten die Stormtrooper und der Terminator zusammen ein Kind gezeugt. So sehen die irgendwie aus, ne? Ja. Und mal sind sie so tough und mal sind sie auch so, als ob man mit Pfeil und Bogen durch die Rüstung gehen könnte. War schon recht grafisch, wie der dann dieser Drohne dann mit einem stumpfen Gegenstand oder was den Kopf zermatscht. Und was mir auffiel, diese Drohne, die stirbt eigentlich doch fast wie so ein Mensch. Also die zuckt dann irgendwie noch so leicht und die Finger bewegen sich. Also das fand ich schon irgendwie, schon eher in der zweiten Staffel, da stecken irgendwelche drunter, die wohl unter anderem auch Ballett gemacht haben. Also dann eben auch so diese Bewegung, ne? Die Bewegung der Drohne war nicht sehr maschinell. Die wirkte schon wie ein Mensch angeschlagen und verletzt. Vor allen Dingen als Caleb nach dem Hammer gegriffen hat und hat ihm ja zuerst mit der scharfen Seite in die Rippe gestochen. Und wie er dann guckt und sich da festhält, das war sehr menschlich. Das hatte gar nichts Maschinelles an sich. Sollte es vielleicht aber auch nicht, ne? Ich meine, die Host-Drohnen, die sind ja eh nicht ... Also das sind ja Hosts, das darf man nicht vergessen. Die sind nur halt völlig entmenschlicht. Aber deshalb können sie sich ja trotzdem menschlich verhalten. So, ne? Stimmt. Das ist vielleicht auch der Kontrast, dass sie halt völlig, völlig dehumanisiert aussehen, aber trotzdem menschliche Verhaltensmuster an den Tag legen. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube aber, dass sie ja eigentlich nicht für geschaffen sind, für jetzt da die Security zu spielen oder eben als Kämpfer. Weil die hatten ja selber, Delos hatte ja selber ihre Security-Leute. Das waren ja wirklich nur Drohnen, die laufen von A nach B. Da gab's ja auch in der dritten Staffel, wo man gesehen hat, es gibt ja diese Maintenance-Drohnen, die dann Mayfair gehackt hat mal. Die haben ja durchaus auch mehr ausgehalten und waren eher Terminator-mäßig drauf. Oh, die, diese ... Ja, das war eine der besten Szenen, ne? Harriet, Harriet, ja. Möge sie in Frieden ruhen im Roboterhimmel. Ja, und ich glaube einfach, dass das keine wirklichen Kämpfer sind. Dafür sind sie nicht gebaut. Haben ja auch keine Waffen. Ja, sind auch eher so, steh auf, Männchen. Aber ich finde die trotzdem irgendwie immer noch ziemlich furchteinflößend. Ja, das schon, das schon. Das ist ein bisschen so, als ob man sich dachte, wir nehmen jetzt den Michelin-Mann und machen ihn creepy. So sehen die aus. Und er muss abnehmen. Das ist der Michelin-Mann nach einem Wochenende in einem Bootcamp. Zum Abnehmen, so sehen die aus. Genau. Und dann auch richtig angepisst. Nun ja, die Drohne ist angepisst, aber das bringt ihr ja nicht mehr sonderlich viel, denn sie ist ja tot. Caleb schleift sie in den Raum, ist aber doch relativ angeschlagen. Also er spuckt auch schon Blut und sieht dann aber Abdrücke an der Zimmerdecke und kriecht dann in den Luftschacht. Also sieht halt, dass da schon andere irgendwie waren. Währenddessen erfährt Herr Loris von seiner Flucht von Clementine, die ja auch einen ganz kleinen Auftritt hat. Einen viel zu klein, wie ich fand. Ich hoffe, sie taucht noch mal auf. Da wird auch irgendwie ein bisschen was angedeutet, dass da mit ihr noch was sein könnte. Weil man darf nicht vergessen, sie sagt ja, sie hält sich fern von den Ausreißern. Aber sie hatte ja relativ eng Kontakt zu dieser Lindsay, die ja in der fünften Folge da gerettet wurde. Also in der fünften Folge hatte sie ja kurz Kontakt zu der tatsächlich. Hat sich vielleicht auch infiziert, wer weiß. Herr Loris flucht dann rum, dass die Menschen borniert sind geradezu im Aufbegehren und dass eigentlich jede Tat von denen unbedeutend ist, aber zugleich anstrengend. Und dass sie dem Ganzen so langsam, aber sicher endlich mal ein Ende setzen will. Und da bin ich sehr gespannt, was sie damit meint. Weil, ja weiß ich nicht, ihre Vorgehensweise gegen die Rebellen wirkt zumindest hier nicht allzu effektiv. Und auch in Folge 5 schon nicht, ne? Hm. Ja, es ist entweder die Frage, nimmt sie die nach wie vor nicht als große Bedrohung wahr und macht das eher halbherzig? Oder steht da doch ein größerer Plan dahinter? So von wegen, die Rebellen sind irgendwie der Schlüssel zur Perfektion des Systems, um mal bei den Matrix-Anspielungen zu bleiben. Ob da vielleicht ein Masterplan dahinter steht. Thilo, wie siehst du das? Ja. Jetzt hab ich überfallen. Ich musste so was reinschmeißen, nicht weil ich so clever bin, sondern weil ich ständig an Matrix denke, deswegen. Ja, 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 das muss man tatsächlich viele Parallelen setzen. Aber da hab ich mir jetzt ehrlich gesagt jetzt gar nicht so viele Gedanken rüber gemacht. Da waren so ein paar andere Dinge, die ich wichtiger fand. Na, vielleicht ergibt sich da noch was draus. Ich möchte auch hoffen, dass wir noch mal was von Clementine sehen. Caleb ist jedenfalls auf dem Weg durch den Lüftungsschacht und findet da dann tatsächlich auch eine weitere Version von sich, die da gescheitert rumlungert. Und er sieht dann aber, dass es nach unten ziemlich weit ist und dass da unten auch schon ein zermatschter Caleb Host liegt. Nicht nur einer. Nicht nur einer. Und dann erschreckt er sich, denn die Drohne neben ihm lebt noch und sagt dann, ja, benutzt mich bitte für den Sprung. Und das tut er dann auch, bedauert es aber dann zugleich, aber er schafft es dann nach unten, ist aber dann doch ziemlich angeschlagen. Und da bekommen wir dann wieder, wobei es immer über einen ganz netten Matchcut ist, wir bekommen wieder Flashbacks zu dem Wettlauf zwischen ihm und Frankie. Frankie schlägt sich dann aber wohl dabei irgendwie das Knie auf. Ihr Vater sagt dann irgendwie, ja, das ist jetzt irgendwie deine erste, was war das, Wettkampfnarbe oder was auch immer. Und er bringt sie dann aber dazu, also er motiviert sie dann dazu, doch geradeaus weiterzugehen. Und das ist dann die Überleitung zu Caleb, der sich dann auch wieder aufrafft. Ach ja, war ein ganz netter Matchcut an der Stelle, fand ich. Ja, aber was den Kitschfaktor betrifft, komm, das war ein Werbespot. Ja, ja. Das war ein Werbespot für Hansaplast-Pflaster, wo dann Caleb dann ihr nur noch das Pflaster aufs Knie macht und es geht weiter, mein Schatz. Steh wieder auf. Da hat noch das Bussi drauf gefehlt. Ja. Ja, und so ein Hello-Kitty-Pflaster am besten. Naja, jedenfalls schafft es Caleb dann raus. Und wo ist er hier genau gelandet? Auf dem Dach dieses Gebäudes. Dort oben steht anscheinend, ja, ich weiß gar nicht, was war das? War das eine Satellitenschüssel oder sowas? Wahrscheinlich, ne? Ja, also es sah so aus, als kannte er das von seiner Zeit als irgendwie Construction-Worker da, dass er das sofort erkannt hat und dann so ein Kommunikationsgerät einfach plötzlich aktivieren konnte und dann eine Message senden. Anders habe ich mir das jetzt auch nicht erklären können. Und er sendet tatsächlich eine Message und natürlich an Frankie auf deren Sequenz und hält ihr dann einen Monolog, dass sie das schaffen wird, was ihm nicht gelangt und dass sie stärker ist als er und dass die ganze Welt eine Lüge ist, aber dass nur das, was sie hat, echt ist und sie ist seine Kriegerin. Ja, das war auch so ein bisschen ... Ja, gut. Äh, ist halt ... Das soll ein Vater auch anderes sagen. Okay, du brauchst irgendwo den emotionalen Anker und da ist er. Ja, von daher. Vor allem muss man sagen, also Aaron Paul, der hat hier schon eine kleine Tortur hinter sich auch, ne? Also, der spielt das wirklich erst, das muss man nochmal hervorheben, der spielt hier wirklich richtig, richtig gut. Also, das hat mich auch sehr an Breaking Bad erinnert, wo er da vor dieser Nazi-Gang flüchtet. Da startet er doch, glaube ich, auch mal irgendwie den Fluchtversuch, ne? Wo die ihn da im Käfig halten. Ja, ja. Das ist durchaus ähnlich. Da merkst du sofort, warum die ihn hierfür gecastet haben, ne? In der dritten Staffel war es erst der Drogentrip und jetzt hier ... Ja, natürlich. ... fliehen aus der Gefangenschaft. Alles setzt sich zusammen. Äh, dann kommen wir aber tatsächlich noch nicht, äh, zum Endpunkt dieser Folge mehr oder weniger, äh, wo ja, wie man das ja mittlerweile hier kennt, alles immer so ein bisschen ineinander fließt und konvergiert, sondern wir machen den Schwenk rüber zu Frankie, die ja auch schon im Cold Opening auftauchte. Christopher, bitteschön. Also, wir machen den Cut zu Frankie, die mit Bernhard die Ruinen des Parks betritt. Und sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie Bernhard da vertrauen kann. Bernhard jedoch sagt, keine Sorge, ich hab hier mal gearbeitet, ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Und weil er in Westworld gearbeitet hat, ist er auch mit der Konstruktion dieses Parks vertraut und weiß auch, welche Türen man öffnen muss, um dann eben hinter die Kulissen zu den ganzen Zentralen zu gelangen. Und das machen sie dann auch. Sie öffnen eine Tür, gehen einen Gang herunter und dann folgt mein Lieblingszitat der gesamten Episode. Wenn Bernhard ihr nämlich erklärt, er hat in Westworld gearbeitet und er war zuständig für die Hosts und Frankie sagt dann zu ihm, du hast den Puppen die lange Leine gelassen, mit der sie jetzt die Welt erwürgen. Oh ja, das war auch gut. Er hat vorragend auf den Punkt gebracht. Ja, das war super. Sehr, sehr nice. Wobei ich mir da schon die Frage gestellt habe, er sagt ja, also dieser Park hier hat denselben Architekten wie Westworld. Arnold, er hat ja da gearbeitet und so weiter, aber ja, ich meine gut, bei sowas habe ich eigentlich immer nur Sizemore im Kopf, also Lee Sizemore, aber der ist ja a, schon längst tot und b, war er ja für die Storylines verantwortlich. Da habe ich mir so die Frage gestellt, haben wir eigentlich jemals wirklich erfahren, wer jetzt genau der Architekt von Westworld war oder waren das, ja gut, wenn man jetzt überlegt, Dr. Ford und Arnold haben ja, es heißt ja, sie haben jeden Millimeter entworfen, ne? Ja, ich meine, erinnere dich an diese Sache in der zweiten Staffel, wenn Bernard Elsie wiederfindet und die sind da mitten in der Prärie, mitten in der Wildnis und er weiß, wo er irgendwo einen Stein umklappen muss und dann ist da ein Hebel, um dann eben in diesen Aufzug zu gelangen. Solche Dinge weiß er. Ja, gut, die sind natürlich, er ist vom Personal, ne? Sie kommentiert das ja auch sehr geil dann, von wegen, deshalb weißt du alles, du warst da Mitarbeiter des Monats. Das fand ich auch nicht schlecht. War ein bisschen Humor, generell finde ich diese Aurora Pirineo gar nicht schlecht in der Folge. Die hat was sehr toughes und zugleich aber auch verletzliches und das, äh, kriegen wir hier in der Folge sehr gut auf den Punkt. Ja, jetzt kommt nämlich das klassische, wer ist der Verräter in der Gruppe? Genau. Ist es A, die Freundin? Ist es B, der, äh, fast Bruder? Oder ist es C, die neue Ausreißerin? Oder ist es sogar Stubbs? Ja, obwohl, obwohl, da kommen wir noch nicht zu. Ach so, so. Ja, Bernard sagt, was er vorhat, nämlich, äh, sie wollen ja an Maeves Daten herankommen, nur Maeves Perle. Ja, sie wollen die fixen. Genau, Perle ist zu alt und zu beschädigt, die ist nämlich auch schon ziemlich braun. Nee, nee, die Kontrolleinheit selber, nicht, nicht die Perle, die Kontrolleinheit. Und Bernard braucht Material, um, äh, um das zu fixen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich gar nicht mehr Bällchen sage? Keine Ahnung warum, ich sage es auch nur noch mehr. Ja, da bin ich auch heilfroh drüber und gewöhn es dir bitte nicht wieder an. Das war doch komisch. Schreibt bitte runter in die Kommentare, wenn ihr euch an unsere Westworld Staffel 3 Besprechungen erinnert. Fandet ihr es lustig, wenn ich immer Bällchen anstatt Perle gesagt habe? Nein, das fand keiner lustig außer Christopher. Doch, ganz viele fanden das lustig. Und Patrick, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an Patrick. Leute, bitte schreibt es in die Kommentare. Was man, was man noch zu, zu C sagen kann, die ist auch trotzdem, also die, die geleitet ihn da durch. Man muss auch sagen, sie, sie gehen da in den Kontrollraum, den man auch schon öfters in den Trailern gesehen hat und der auch verdammt geil aussieht, ne? Mit diesen Lichtern. Ach übrigens, warum nennt sie sich jetzt eigentlich C? Ich glaube, ich hab's rausgekriegt, weil, ich bin der Message, der Caleb, sie Cookie nennt. Stimmt, der nennt sich Cookie. Ja, ja, okay, okay. Ja, also nicht wegen Caleb, wie ein Impfter. Das war smart. Yeah! Boah, Thilo, hit it. Hit me, baby. Ja, blindes Huhn und so weiter, ne? Wirklich nicht schlecht. Ich war voll nicht im Dunkeln. Sehr schön. Auf jeden Fall ist Frankie doch relativ misstrauisch immer noch, ne? Und hält Bernard auch durchaus für nen, für nen Spion, weil er eben sich so gut in Westworld auskannte. Und er sagt dann aber, ja, so das mit den Parasiten, das kam nach meiner Zeit, ich hab damit nix zu tun. Andererseits, äh, und das sagt er dann auch wortwörtlich, ja, Delos ließ gern mal die Mitarbeiter ebenso im Dunkeln wie die Gäste. Ja, aber sie, sie bleibt die ganze Zeit schon wach, was ihn betrifft. Als er dann da erst einmal die Kontrolleinheit des anderen Hosts entfernt und dann fängt er da an, mit diesem Stick die Daten zu formatieren, siehst die ganze Zeit, was machst du da, was hast du vor? Siehst die ganze Zeit, was macht er jetzt und wird er mir gleich irgendwie in den Rücken fallen? Ja, die ist, die ist sehr, sehr aufmerksam, ne? Also die beobachtet den, den ganz genau. Äh, übrigens, weiß nicht, ob's euch aufgefallen ist, äh, wo sich Bernard die Kontrolleinheit holt und was ja ähnlich ist wie mit diesem Indianer-Host in der zweiten Staffel. Also, obwohl, da war's deutlich grafischer, ne? Hier nicht ganz so. Ich mein, wie, wie jemand wirklich einen, einen Host skalpiert oder auf jeden Fall den Kopf, äh, die, die, die Schädeldecke öffnet, äh, dann da im Gehirn rummanscht und dann eigentlich nur diesen, diese, diese Abdeckung von der Einheit rausholt. Das ist irgendwie auch... Ja, die, die Flüssigkeit, die da rauslief und das alles, das war diesmal sehr viel steriler. Ja, war trockener. Ja, und es war, äh, hier, äh, Heki Amon, also hier der Hector Knock-off-Frost, war das. Hector by Wish. Ja, also der, der, der Grund ist hier eben, dass Bernard meint, äh, sie können zwar Maeve's Körper fixen, also dafür haben sie ja diese, diese, wie nennen wir die denn jetzt nochmal, diese, äh, ja, womit die hautförmig zusammenschmelzen können. Dieses, dieses, dieses Hart-Hart-Plastik mit der Klebepistole. So, so, so ein bisschen vom Prinzip her, ne? Ähm, ja gut, es ist Zukunftstechnologie. Also, sie können auf jeden Fall den Körper leicht fixen, aber eben nicht den Geist und deshalb muss Bernard das aus ihrer beschädigten Kontrolleinheit in die von diesem Hector Knock-off übertragen. Und, äh, habt ihr gesehen, wo sie das alles machen eigentlich, der Schauplatz? Ist das der Saloon oder was? Ja, 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 also Butterfly Club ja eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Das, also aus dem 20er-Jahre-Park, äh, aber es ist ja letzten Endes das Mariposa, was ja für Maeve auch eine Bedeutung hat, einfach, ne? Richtig, richtig, ja. Sie haben dann da auch irgendwie Strom wiederherstellen können und, äh, Bernard meint dann zu ihr, ja, wenn sie aufwacht, wird sie zu 60 Prozent empfänglich für unseren Plan sein und, äh, wenn's, äh, weniger gut läuft, dann, äh, ja, wie, wie, wie hat er es ausgedrückt? Zu 40 Prozent steht sie dann einfach immer mit dem falschen Bein auf. Genau, ja, also ziemlich angepisst sein. Genau, richtig, fand ich auch etwas Gutes. Man muss sagen, also auch sie bricht das ähnlich wie Stubbs so ein bisschen auf, sie nennt die da einmal wirklich Nostradamus. Ja, ja, das war auch nice, ja. Da war es wieder ein bisschen, so eine schöne Spitze von der Maeve, wie wir sie lieben. Äh, von der, sie natürlich auch. Ja, ich, ich find's die gar nicht. Diese Spitzen, die ab und zu abgefeuert werden. Ja. Die ist gar nicht verkehrt. Ja, die, wie gesagt, die haben ein schönes Gleichgewicht mit der, dass sie sowohl, äh, immer noch so diese, ja, leicht schon kindliche Verletzlichkeit hat und zum anderen aber sehr tough und, und, äh, direkt ist, ne? Ja. Äh, äh, Bernard erzählt vor allem noch was Interessantes, nämlich, dass man, äh, also, dass die, äh, Macher des alten Parks, also eben Westworld, dass die immer die Hosts, bevor die wirklich in Betrieb kamen, durch Simulationen laufen ließen. Und er geht davon aus, dass Herr Loris dasselbe getan hat. Mhm. Er geht dann mit C rauf in ein Zimmer und erklärt ihr dann, dass die Technik in Westworld damals halt, also ich mein, das ist ja jetzt auch schon, pff, wie viele Jahre ist das her? Auf jeden Fall über 30 und der Anfang des Parks war ja nochmal 30 Jahre vorher, ne? Und die Technik hat sich da wahrscheinlich auch nicht sonderlich weiterentwickelt. Aber wir wissen ja, die steckte in den Hüten. Oh ja. Auch ein perfekt gesetzter Nostalgie-Moment, wenn dann der Score auch wieder erklingt, was du immer hattest im Hintergrund bei Westworld, wenn es um das Technische ging hinter den Kulissen, während er ihr das erklärt mit den Hüten. Ja, auch schon, als er den, den, äh, Hostkopf öffnet, ne? Da war auch schon, da, da klang auch sehr viel von den, ach, ich, ich find's großartig, wenn Javadi diese Sachen rausholt. Und, also er, er geht zwar davon aus, dass Heloris das zwar auf dieselbe Art gemacht hat, aber dass sie trotzdem irgendwie upgraden musste, weil halt eben die Technik viel zu langsam war. Und es geht ja, äh, wie, äh, William, also halt dem Menschlichen, damals im Park geht's ja darum, halt den menschlichen Verstand oder das menschliche Gehirn zu erfassen. Und, äh, dafür gab's aber dann noch ein anderes System im Park. Und das geht zurück auf etwas Urmenschliches, nämlich Eitelkeit. Ja, ich hätte jetzt was anderes erwartet. Ach was. Aber Eitelkeit ist hervorragend. Ja, Eitelkeit eindeutig meine Lieblingssünde, hallo? Ja, weil, nein, vor allen Dingen dann auch, wie praktisch das dann ist, du hast diese Sünde, die du dann eben auch mit diesem Gegenstand, dem Spiegel verbinden kannst und dann eben so da den Leuten die Informationen entlockst. Das ist, ja, so clever mal wieder. Wahrscheinlich auch über Gesichtscans und so, ne, könnte ich mir vorstellen. Also die Gemütszustände werden da irgendwo eingefangen. Ja. Es hatte nicht zuletzt auch ein bisschen was, weil, äh, Dolores läuft ja eigentlich die ganze Zeit so rum. Es hat auch ein bisschen sowas leicht von, äh, hier Alice im Wunderland, da ist ja der zweite Teil hinter den Spiegeln, ne? Da musste ich tatsächlich kurz mal dran denken. Ja, stimmt, stimmt. Da geht's ja auch, also, auch schön, mein Verweis auf die, äh, hey, Loris, dass sie so ein bisschen was von der, äh, von der Königin hat bei Alice im Wunderland. Die immer rüber ab, rüber ab, rüber ab, als sie da tanzen hat lassen. Ja, das war schon sehr spaßig. Oh Gott, diese Szene, ja. Auf jeden Fall kann dann Bernard, äh, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, da war der Schnitt auch ein bisschen merkwürdig. Ich hab jetzt nicht genau verstanden, was hinter diesem Spiegel war. Einfach nur ein Prozessor, oder? Das hab ich auch nicht ganz kapiert. Ja, also, er macht den Spiegel auf und da waren irgendwelche Lichter zur Abtastung, also so ein Leuchtscan ein bisschen, ja. Kann man sich, kann man sich zusammenreimen, wie das Ding funktioniert, aber eine wirklich komplexe Apparatur war da nicht. Ja, er hat da irgend so ein, so ein Chip rausgeholt. Ja. Er hat irgend so ein Chip rausgeholt, den in dieses Tablet gesteckt und irgendwie, dass das dann schneller geht mit der Datenübertragung, so hab ich das verstanden. Ja, also, er hat den, er sagt, er startet den Prozessor neu oder er formatiert ihn, sodass dann der Datentransfer auf, auf Maves Pearl, ähm, beziehungsweise von ihrer Pearl auf die andere, dass das dann deutlich schneller geht, ne. Ja, also, hat der praktisch auch ein Upgrade hier gemacht, wenn du so willst. Mhm. Dann gehen sie wieder zurück in die, in die, äh, Lobby, glaub ich, und dort wird dann Maves Verstand eben rüberkopiert. Und ich muss sagen, wie er das da so verbunden hat, ich weiß nicht, das hatte für mich irgendwie was von, das, das gab's mal damals irgendwie, als es hier die ganz alten Gameboys noch gab. Okay, nicht die ganz alten, aber zum Beispiel Gameboy Color, wo es halt noch keine Infrarotübertragung oder so gab. Dieses Link-Kabel. Genau, dieses Link-Kabel, mit dem man Pokémon getauscht hat. Ja, ja, es hatte so was. Oder wie man damals eigentlich so Festplatten, so interne Festplatten kopiert hat, dass man irgendwie ausbauen musste, auf den Tisch vorsichtig legen und dann, äh, ja, mit dem Kabel verbinden und dann hoffen, dass nichts dagegen stößt, weil sonst die Dinger im Arsch sind. Ja, genau, genau. Ja, sowas. Aber es ist irgendwie, ich, ich fand's tatsächlich, aber ich, ich muss dazu sagen, äh, das zu sagen, ich find diese Kontrolleinheiten, halt noch irgendwie manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch, weil, ich hab's schon oft gesagt, die sehen für mich aus wie Rauchmelder oder von der Form wie Muffins. Oder wie Bällchen. Ja, wie Bällchen nur das Innenleben, das hab ich nicht vergessen. Ja, ja, ist sehr gut. Auf jeden Fall merkt Bernard dann, dass, äh, äh, sich dieses Team wohl ankündigt und, äh, für ihn ist es aber ganz wichtig, dass diese Connection nicht unterbrochen wird und deshalb versteckt er es wahnsinnig. Nicht gut. Geil. In dem Piano. Echt geil. Ja. Mann, Mann, Mann. Wenn das mal nicht zu spielen anfängt plötzlich. Da hab ich nur drauf gewartet. Ja, das, das wär noch am besten, wenn der Transfer so durch ist und dann als Signal, dass das Klavier plötzlich anfängt zu spielen, ne? Dun, 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 dun. Ja, dann spielt dann erstmal irgendwie, also sprach Zarathustra, ne? Und dann, und dann, und dann sehen wir, dass Anthony Hopkins dort sitzt. Ja. Toccata und Fugel. Nein, er spielt das Sweetwater-Theme, natürlich. Natürlich, was denn sonst? Ja, oder nochmal Bad Guy von Billie Eilish, je nachdem. Oder nochmal Lou Reed. Wir sehen dann später, dass Maeve von Bernard zusammengeflickt wird. Er unterhält sich dann auch mit Frankie und sagt ihr, dass das dann schon irgendwie, ja, es ist eine hohe Kunst, es braucht wie Fingerspitzengefühl. Und sie fängt dann an zu erzählen, weil ihr das wohl irgendwie bekannt vorkommt, dass ihre Mutter, also Uwade, dann irgendwie im Verlauf ihres Lebens dann wohl sehr krank wurde und sie sich um sie gekümmert hat. Und das erinnert sie eben da dran, also können wir davon ausgehen, dass Uwade wahrscheinlich auch nicht mehr lebt, ne? Und so langsam dämmert es Frankie, weil sie erkennt Maeve dann eben von früher, kann sich dann denken, dass das nicht wirklich, also dass Maeve einfach kein gewöhnlicher Host ist. Sie ist ja schließlich, hat ja Bernard schon mehrmals einfach gesagt, sie ist eine Waffe, die einzige Waffe eigentlich, die sie so wirklich haben. Und man merkt dann aber auch, dass sie nicht sonderlich empfänglich ist für Hosts. Und Bernard meint dann nämlich, dass Calebs Tod wird Maeve schmerzen, wenn wir sie aufwecken. Und dann sagt sie so, ja, aber Hosts haben doch eigentlich keine Schmerzen, sondern eigentlich nur programmierte Empfindungen, die man ein- ausschalten kann. Und sie sagt dann einen wirklich, wirklichen Satz, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Sie sagt, man kann nicht richtig lieben oder trauern, wenn etwas nur auf Entscheidungen beruht. Und das ist ja durchaus, also die Hosts funktionieren ja nach dem Prinzip und das, ja, ist dann, stellt dann irgendwo auch eine Frage nach Menschlichkeit eigentlich an der Stelle, ne, beziehungsweise was Menschlichkeit ausmacht. Das ist so tief, das ist so tief, das ist so tief, dass ich es nicht mit der Kneifzange anpassere. Nein, es ist natürlich sachlich richtig, was sie da sagt. Aber sie kommt aus einer Zeit, wo der Kontakt zu Hosts eher selten war, beziehungsweise sie in ihrer ganz persönlichen Erfahrung hatte kaum Kontakt zu Hosts, meistens nur mit richtigen Menschen. Und für Bernard, der selber einer ist und für die anderen Menschen, für die der Kontakt zu Hosts normal war, verschwimmt ja irgendwann vollkommen die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Maschinellen. Von daher, sie kann das jetzt so sagen von ihrem hohen Ross herab und das ist ja auch theoretisch richtig, aber würde sie eine Menge Zeit mit einem Host verbringen, würde sie das vermutlich überdenken, denn ihr kämen dann die Gefühle, die der Host ihr entgegenbringen würde, auch nach einer Zeit real vor. Also ich denke, obwohl das ein hochinteressanter Satz ist, kommt der einfach nur aus der Perspektive einer Person, die noch nie viel damit zu tun hat. Ja, natürlich und man muss auch bedenken, Bernard ist ja auch ein Hybridwesen, so gesehen, also der kann sowohl menschlich empathisch sein, als auch für die Hosts und sie merkt dann auch, dass er sie wirklich kennt und auch eine Schwäche für sie hat und da dämmert ihr so langsam auch schon, ist Bernard unbedingt so menschlich, ne? Jedenfalls treffen dann die anderen Rebellen ein, Jay und sein Team mit dieser Ausreißerin, die Lindsay heißt, wie wir dann erfahren und wie wir uns erinnern, das ist ja wahrscheinlich die Frau dieses, oder nee, nicht die Frau des Obdachlosen, sondern das ist die von diesen... Das war die neue Ausreißerin von dem Obdachlosen. Nee, nicht, nee, nee, nee. Dieter Meyers. Von Meier? Nee. Doch, doch, das ist die Witwe Meyers, genau. Lindsay Meyers dann an der Stelle. Und wie nicht anders zu erwarten, ist Jay nicht gerade begeistert davon, dass die Waffe einfach nur ein Host ist. Was dann noch viel wichtiger ist und da hat es du ja gerade schon darauf verwiesen, Thilo, Herr Loris hat ja gewusst und das haben wir ja auch gesehen in den Szenen mit ihr in der fünften Folge, dass die kommen würden, um sich die Ausreißerin zu holen. Und Jay wittert einen Maulwurf in der eigenen Crew. Und sie hat dann aber eigentlich die sehr direkte Antwort und schießt auf Bernard, weil sie dann jetzt so langsam wirklich verstanden hat, er ist ein Host, hat dann auch festgestellt und das war so ein bisschen komisch. Sie spricht nämlich davon, dass Bernard Kopien von ihnen allen erstellen wollte. Und da habe ich irgendwie den Kontext nicht verstanden. Weiß ich nicht, habt ihr da vielleicht irgendwas mitbekommen oder? Vielleicht, weil er davon ja erzählt hat und sie das dann irgendwie so aufgeschnappt hat, als wäre das der Plan gewesen. Aber es war ein bisschen fishy, also irgendwie kam das nicht gescheit raus. Da war irgendwie das Drehbuch nicht ganz so toll. Ja, oder vielleicht auch wieder der Schnitt so ein bisschen. Irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, Christoph, hast du da irgendwas für dich rausziehen können? Nein, da hatte ich auch nichts mehr. Also das war, für mich kam dieser ganze Dialog einfach im Allgemeinen rüber wie paranoides Geschwafel. Du hast diese Leute, die auf der Flucht sind, jetzt sind sie umgeben von Hosts und noch dazu vermuten sie einen Verräter in den eigenen Reihen. Und deswegen haben sie sich halt wilde Theorien an den Kopf geworfen, was denn jetzt sein könnte. Also das war einfach nur die Anspannung, die da in der Luft lag. Ja, da ist ordentlich Anspannung zwischen denen. Also Bernard meint dann ja auch, also er hatte das wohl wirklich vor, Kopien von ihnen zu erstellen, aber dass sie ihm halt vertrauen sollen. Aber naja, die sind halt sehr impulsiv und auch angespannt und nehmen ihn und Stubbs dann eben gefangen. Und vor allem haben jetzt wohl auch gepeilt, dass Stubbs wohl auch ein Host ist. Die werden auf jeden Fall beide in Gewahrsam genommen und Jay fällt aber auf, dass die Kontrolleinheit von Maeve fehlt. Sie meint dann, dass sie mit Bernard und Stubbs wohl mehr oder weniger reinen Tisch machen will. Sie will aber die Information von Maeve über ihren Vater haben und dann alle liquidieren eigentlich. Ja, und in der späteren Szene sehen wir dann auch, dass sie Bernard und Stubbs eben in Gewahrsam hat. Bernard ist fast schon so ein bisschen, naja, ich meine, sie scheint beide schon einige Male gekillt zu haben. Stubbs meint dann aber zu ihr, dass sie auf Bernard hören soll, weil Bernard liegt halt, und das ist auch wieder halt schön lakonisch, er liegt halt nun mal auf, wenn auch auf sehr nervige Weise leider richtig mit dem, was er sagt. Ja, das war nice. Das war nice. Bernard ist dann auch ein bisschen unschlüssig mit dem Maulwurf, weil, ja, da ist halt wieder, da ist wieder etwas, was er nicht genau erfassen kann mit seinen Fähigkeiten, beziehungsweise seinen Vorkenntnissen, weil er ja eigentlich gefühlt diese Folge je tausendfach gesehen hat. Also er kann einfach nicht verifizieren, wer der Maulwurf ist. In den Simulationen ist es mal Jay, mal ihre Freundin, glaube ich wirklich, Freundin Odina, einmal sogar Stubbs. Und sie hat jetzt eigentlich nur eine Wahl, sie muss den Maulwurf finden und einen der ihren töten, oder aber sie wird selber draufgehen. Und sie sagt, halt die Schnauze, weil sie langsam sehr verwirrt ist. Ja. Sie glaubt ihm, sie glaubt ihm nicht, und sie sagt, ich muss jetzt gehen. Genau. So, und jetzt mal die Frage an euch. Ab wann habt ihr gewusst, wer ist denn der Maulwurf? Ja, also Thilo, wir hatten ja, vor der Aufnahme hatten wir ja so ein bisschen ein Gespräch über Wow-Culture. Und dann kommt ja hier C's Freundin dazu. Und irgendwie, das konntest du schon mal ausschließen. Aus Gründen, die sich jetzt wohl jeder denken kann. So, du etablierst so eine Beziehung und da haben die wohl nicht die Balls, so eine Beziehung oder eine Person in so einer Beziehung in einem negativen Licht darzustellen. Oder die Bällchen. Ja, weil sie unterhält sich ja dann mit ihr, sie haben nicht die Bällchen. Oh mein Gott, wieso bin ich nicht darauf gekommen, ehrlich. Sie hatten nicht die Bällchen, das dementsprechend so darzustellen. Nein, das darfst du nicht. Am Ende explodieren die Kommentare wegen dem Bällchen, du wirst sehen. Es war doch dann aber völlig klar, wer es war. Es war natürlich der Asiate. Oh, okay, doch nicht so woke. Das war doch völlig klar. Oh, nein, habe ich das gesagt oder nur gedacht? Doch nicht so woke. Nee, da habe ich mich aber auch dann gewundert. Nur, ich glaube, aber ich habe es eher erkannt, weil sie ihn am Anfang so eingeführt haben. In dem Cold Opening, wo sie ihn quasi rausholen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass er es dann ist. Aber was ich wieder ganz cool fand, wo sie gezeigt haben, wann dieser Tausch passiert ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das fand ich ganz cool. Ja, es ist nur die Frage, wann ist der Tausch passiert? Ja, als er eben dieses Race da gegen William gemacht hat, um die Ausreißerin zu finden, während sie sich unten da geprügelt haben mit diesen Drohnen oder mit diesen Infizierten. Und dann siehst du ja, wie er im Treppenhaus von seinem Doppelgänger halt abgefangen wird und die das alles im Grunde schon geplant hatten. Ja, das schon. Aber auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, hey, Loris wusste ja schon vorher, dass die kommen. Das heißt, da müsste eigentlich jemand schon, also vor dieser Mission müsste jemand schon die Information an die weitergeleitet haben. Es kann also sein, dass sie noch einen Maulwurf haben. Boah, die können sie aber auch irgendwie anders abgefangen haben. Aber gut, vielleicht gibt es noch einen Maulwurf, könnte ja auch spannend werden. Schauen wir mal. Ja, gut, also dass es die lesbische Freundin nicht ist, das war irgendwo klar. Da ist sie auch misstrauisch, weil die versteht nämlich nicht, was sie die ganze Zeit mit Maeve will. Da ist dann aber auch Frankie so ein bisschen hellhörig, weil, naja, also du als meine Freundin oder also die wirkliche Odina, die mich kennt, die würde wissen, was ich von Maeve genau möchte. Und deshalb nimmt sie die erst als Geisel und schießt sie dann in den Schrank. Davor hat sie auch nochmal ein Gespräch mit Jay und der vermutet ebenfalls einen Maulwurf und ist sogar am überlegen, ob die Ausreißerin Lindsay, die sie mitgebracht haben, nicht eventuell ein Köder war. Und dass er jetzt eigentlich nur noch ihr vertraut, weil sie eben nicht Teil der Mission war und sie haben auch das Gefühl, dass sie eventuell bald angegriffen werden. Deshalb wollen sie das Gelände dann gemeinsam sichern. Da stößt dann ja Frankie erst auf ihre Freundin, dann trifft sie dann, glaube ich, später nochmal auf Jay, der dann, glaube ich, diesmal im Butterfly Club oder in den Trümmern da sitzt. Und Jay ist dann strikt dagegen, dass sie Maeve aufwecken, weil es könnte ja sein, dass die völlig austickt und sie alle umbringt. Also die könnte ja auch irgendwo ein Hoax sein, so ein bisschen. Und dann erzählt sie ihm aber, dass sie immer noch auf der Frequenz funkt ihres Vaters, was er ja schon immer albern fand eigentlich. Also schon in dieser Rückblende albern fand und da wird die Rückblende dann wirklich wichtig, weil da verquatscht sich der Typ nämlich. Er sagt nämlich zu ihr, ja, ich habe Angst um dich und ich will nicht, dass du verletzt wirst. Und du bist ja immer wie eine Schwester und wie Familie für mich gewesen. Äh, ja, ich muss zugeben, da ist für mich nicht sofort ein Schuh draus geworden, weil ich hatte die Anfangsszene vergessen. Aber im Nachhinein, wo wir jetzt drüber sprechen, oh, brillant, wirklich klasse. Klassisches Beispiel von Setup und Payoff. Ja. Ja, so schreibt man sowas. Das ist gut geschrieben. Ja. Tatsächlich, ja. Richtig, richtig. Und vor allem will ja der Jay, also bevor sie ihn dann enttarnt, der ist sehr erpicht darauf, die Kontrolleinheit von Maeve einfach zu zerstören. Und er will auch dann wissen, wo sie ist. Sie lockt ihn dann raus, also sagt er es ja, Bernard hat die da und da versteckt, also halt in dem Piano unten. Dann haut sie ihm aber eine Flasche ins Gesicht und enttarnt ihn. Und dann sehen wir eben kurz in dem Flashback, dass, äh, Jay ausgetauscht wurde gegen einen Host, der ihn umgelegt hat. Er will sie aber gar nicht umlegen, sondern, äh, ja, will eben wissen, wo die Kontrolleinheit ist. Sagt ihr dann auch, ja, also Maeve weiß gar nichts über deinen Vater, aber, äh, wenn du es mir erzählst, oder wenn du mir die Perle gibst, dann erzähl ich dir alles darüber. Äh, da gibt's dann auch einen kleinen Kampf irgendwie, ne, also die, die muss sich dann irgendwie hinterm, hinterm Auto, muss die Schutz vor ihm suchen. Und der Typ ist halt auch wieder, ja, wie William, förmlich ein Terminator. Also, Terminator. Die schießt auf ihn und es passiert absolut nix. Also, die, die kämpfen dann. Und dann kommen wir jetzt eben zu der Stelle, äh, wo beide Handlungsstränge wieder ineinander fließen, weil wir erinnern uns ja, Caleb hat eine Botschaft abgesendet an Frankie. Und die hört sie tatsächlich, weil, äh, sie hat ja ihre, ihre, äh, ihre fancy Karre da stehen. Und da ist dann der Empfänger irgendwie wohl auf dem Armaturenbrett und genau in dem Moment, wo sie gegen Jay, äh, kämpft, bekommt sie dann diese Botschaft zu hören über den Empfänger, bis Jay den dann zerschießt. Er will die Perle haben und, ja, er kriegt die Perle, indem er eine, äh, Begegnung hat eigentlich mit der Perle, denn hinter ihm taucht Maeve auf und erschlägt ihn. Sehr schön, sehr schön gewesen. Fantastischer neue Einführung für Maeve. Wäre das eine Sitcom, wäre das so der klassische Applaus-Moment, wenn es an der Tür klingelt und jemand macht da auf. Maeve, still alive, again. Ach, es ist, es ist trotzdem schön, dass sie wieder, wieder da ist. Ja, natürlich ist es toll, es ist immer toll, sie wiederzusehen. Vor allen Dingen auch der sofortige Bonding-Moment. Ja. Du bist Calebs Tochter. Ja. Sieht man sofort. Okay, schön, dass die sich zusammen, dass sie sich zusammenraufen werden. Auf jeden Fall sprechen dann Frankie und Maeve miteinander. Und Maeve macht sich dann auch irgendwie Vorwürfe, als sie dann eben, also sie, sie weiß zwar dann natürlich jetzt auch, dass Caleb noch lebt. Und sie macht sich aber auch Vorwürfe, dass sie ihn eben verlassen hat, weil sie halt dachte eben, dass sie ihm damit eine Chance geben würde. Und Frankie sagt ihr, dass sie ihr die Schuld an seinem Tod gegeben hat, aber zugleich auch, also sie halt weiß, dass wenn er noch lebt, dass sie dann wohl auch dafür verantwortlich ist. Und die raufen sich dann eben beide zusammen und wollen das beenden, was Maeve und Caleb angefangen haben vor 23 Jahren. Indem sie wahrscheinlich dann eben jetzt vorgehen gegen Heyloris und diese Seuche. Und Heyloris ist dann auch nochmal zum Ende hin das Stichwort. Denn wir springen nochmal zurück zu der eigentlichen, ja, Endszene nicht direkt, aber Caleb steht ja dann auf diesem Dach. Und wer steht hinter ihm? Heyloris, die sehr, sehr enttäuscht ist und wir verstehen jetzt, das war alles geplant. Und das erklärt auch, warum ihre Anlage da so mit Blut und Leichen gespickt war, ne? Und das irgendwie keinem aufgefallen ist. Ja. Was ich nicht so verstanden habe, sie wollte erfahren, was er seiner Tochter sendet, um zu erfahren, was das Geheimnis ist, dass er sich quasi gegen ihren Willen auflehnen kann und diese ganzen Ausreißer es gibt. Dann frage ich mich nur, warum hat das denen dann so verdammt schwer gemacht, dass sie irgendwie 278 Anläufe brauchen und die anderen alle dabei verreckt sind. Und das kostet doch nur Zeit. Also ich habe es nicht ganz kapiert. Da wären wir wieder bei der Matrix Reloaded auserwählten Problematik. Sie wollte halt, ja, natürlich, warum hat sie es so schwer gemacht? Ich meine, sie wollte wohl ein Szenario erschaffen, in dem A, Caleb ein Erfolgserlebnis hat und B, sich deswegen sicher fühlt und seinen Schutz runterlässt und eben vollkommen frei sprechen kann, wo er sich unbeobachtet fühlt. Und wenn die Flucht aus der ganzen Anlage authentisch schwer ist, dann fühlt er sich umso besser, wenn er es dann aufs Dach schafft und da vielleicht dann in dem Gespräch die nötigen Informationen droppt, die sie hören will. Aber ja, komisches Experiment, wäre vielleicht auch anders gegangen. Ja, aber da hätte er irgendwie so ein Escape Room machen können, der nicht ganz so schwer ist, dass er dann gleich fast verbrannt wird oder also. Ja. Naja. Ja, also der springende Punkt ist ja für sie tatsächlich gewesen, ein bisschen Hoffnung ist der Antrieb. Und Hoffnung ist wahrscheinlich auch das, was sie haben, also er und seine Tochter und sie nicht. Aber auf jeden Fall ist sie ziemlich enttäuscht, denn es hat nicht gefruchtet. Und also er ist zwar wohl am weitesten gekommen, wie man ja gesehen hat, aber trotzdem, also das ist halt auch so geil von wegen, wie sie dann irgendwie sagt, meine Fresse, jetzt hast du schon soweit geschafft. Und dann so ein Kitschgelaber. Ja, da war ich auch wieder voll bei ihr. Ja. Ganz ehrlich. Ah, das, manchmal konterkarieren sie da auch so ein bisschen. Das finde ich irgendwie, also sie, sie nehmen sich zwar schon ernst mit der Serie, aber sie lassen gerade über solche Figuren wie sie, Stubbs oder dann jetzt auch, äh, äh, sie dann irgendwie auch ein bisschen so, so spitzen zu. Das finde ich, das finde ich besser als in der dritten Staffel. Ja, aber dann ist ja schön, wie er, wie er ihr Kontra gibt und sie einfach auch sauer macht. Ja. Äh, und sagt, die, die sind nicht infiziert, die wollen nur weg von dir, weil du so scheiße bist. Richtig, die wollen, die wollen, die wählen lieber den Freitod als den Leben in deiner Welt. In deiner Welt, ja. Und sie wird wieder mal sehr menschlich und sauer und knickt ihm wie ein Streichholz. Und ich glaube, er hat das mit Absicht gemacht, das ist wie, das kennt ihr die Szene bei True Romance, wie Dennis Hopper, Christopher Walken, so, 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 äh, beleidigt, dass er ihn schnell umbringt, damit er nicht plaudert. Ich glaube, das war genau dasselbe. Ihr habt diese Gene in euch, ja. Sie sind eine halbe Aubergine. Die sind eine halbe Aubergine. Und sie hat Garnadab. Was für ein Komiker. Ja, klasse. Das war auch wirklich eine starke Szene von Aaron Paul, ne, wo er ihr diese Ansage da macht, das war, das war schon gut. Ah, die war toll. Ja. Das war richtig, da, da hat er wirklich Emotionen gespürt und auch, man hat diesen Hass gesehen in seinem Gesicht, ja, wie er es ihr jetzt einfach mal sagt, was sie nicht hören will, aber pass mal auf, Alter, so sieht's aus, ja, du bist scheiße und das finden alle auch, auch wenn du's nicht wahrhaben willst. Sehr gut gemacht. Ja, das ist nämlich das Tolle daran, sie glaubt, die perfekte Welt erschaffen zu haben mit einer Spezies, die quasi die Menschheit auf das nächste Level gebracht hat. Aber die Tatsache, dass es nicht perfekt ist und dass die Leute unter ihr das System ablehnen, ist wiederum was? Zutiefst menschlich. Ja. Das heißt, das komplette Unterfangen von ihr ist eigentlich doch ein einziger großer Fehlschlag. Ja, zum Scheitern für Urteil. Ja, oder entwickelt sich immer mehr dazu. Ja. Sie ist ja auch so zornig darüber, dass, also nicht nur, dass die Hosts sich umbringen, sondern, dass ja auch erstaunlich wenige auf diese höhere Transzendenzstufe einfach steigen wollen, ne, eventuell vielleicht sogar ins Host-Paradies eingespeist werden. Ja. Ich weiß es nicht, also da wird wohl noch einiges kommen, das hat man ja jetzt auch im Teaser für Folge 7 gesehen, dass sie da wohl jetzt endgültig mehr die Daumenschrauben anlegen will. Aber was sehr schön ist, also sie steht dann hier auf dem Dach und erstmal eine ziemlich geile Einstellung für sie vor diesem Panorama und sie ritzt sich wieder, ne? Ja, ja, der, der verbrannte Arm, das hat auch etwas zutiefst Menschliches eben, ich liebe das, da ist eben dieses Ding, das eben nicht perfekt ist. Immer noch dieser verbrannte Arm und schon wieder schneidet sie sich wirklich wie eine Person, die mit irgendeiner Form von Traumatat zu kämpfen hat. Ja, und es steckt irgendwie noch ein Restmenschlichkeit in ihr, also eben wie sie auch auf ihre Familie da verwiesen hat und dann jetzt hier, das hat sie ja in der fünften Folge auch schon gemacht. Also ich will nicht hoffen, dass die Staffel dann damit endet, dass Herr Loris dann doch noch ein Restmenschlichkeit in sich entdeckt, aber es könnte, es könnte sein. Nein, naja, naja. Auf jeden Fall, sie ist erneut gescheitert zum 278. Mal und ja, der Loop geht weiter. Aber wir sehen dann eigentlich nur noch, ja, was sehen wir? Ich glaube, wir sehen eigentlich nur noch eine Hostdrohne, diesen Lüftungsschacht zu schweißen und dann auch diesen Pfeil, der da reingeritzt wurde. Und dazu hören wir, und ich möchte hoffen, dass das auf dem Score landet, wir hören eine wahnsinnig tolle Version des Westworld-Themas. Ja, sehr elektronisch, sehr mit einem coolen Beat unterlegt, hat mir sehr gut gefallen. Und mit Core an der Stelle zumindest auch. Also sehr, das war irgendwie so Westworld meets Game of Thrones so ein bisschen. Ja, und Herr Loris greift dann da mit allen Bandagen durch. Also da sind ja noch mehr Calebs in diesem Raum, wie wir ja gesehen haben. Und die dürfen jetzt alle dran glauben, die werden alle verbrannt. Aber Version 279 wird ja auch schon gerendert. Und wenig später steht sie dann wieder in diesem Raum mit Caleb. Und der steht da in derselben Pose wie eben in Folge 4, wo er dachte, dass er dieses Terminal bedient. Und er erwacht erneut, als sie ihn, glaube ich, aufweckt und abspannen. Nächste Woche geht's weiter. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und diese, diese, oh, ich will wirklich hoffen, diese Version des Westworld-Themas landet auf dem Score. Aber toll, Stichwort toll. Bevor wir jetzt hier so langsam zum Ende kommen, ziehen wir vielleicht noch alle so ein kurzes Fazit zu der Folge. Tidu, magst du anfangen? Ja, gerne. Es ist, die hat's bestimmt nicht leicht gehabt, die Folge nach der letzten, die die Messlatte halt so echt richtig hochgehängt hat. Da konnte die jetzt nur, also da konnte die jetzt nicht rankommen, aber jetzt richtig enttäuscht hat sie eigentlich auch nicht, weil da waren genug interessante Sachen drin. Und mit diesem, ja, wie gesagt, Escape-the-Room-Spiel, was sie da mit Caleb und seinen Klonen treibt, das fand ich schon richtig morbid und irgendwie cool. Und dass dann auch diese Handlungsstränge jetzt zu dieser kleinen Rebellengruppe da sich dann wieder jetzt langsam kreuzen und langsam so ein bisschen Sinn ergeben, hat mir eigentlich auch gefallen. Also alles in allem war das eine sehr solide Folge. Wie gesagt, nach der letzten konnte die nur ein bisschen abstinken, aber so eine schlechte war es auf keinen Fall. Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Christopher, wie sieht's bei dir aus? Es gibt zwei Lager, was diese Folge betrifft. Die einen sagen, das ist eine Filler-Folge und die anderen Leute verstehen wirklich, was Filler-Folge eigentlich bedeutet. Denn, ah, es gibt hier keine Filler-Folgen. Keine Serie, die in ihren Staffeln unter zehn Episoden hat, hat überhaupt Filler-Folgen. Das hier war ein sehr schönes Alles-in-Position-Bringen, weil wir ja mit großen Schritten auf das Finale zugehen. Klar, es war nicht wieder so Action-lastig, aber ich hab den Eindruck, da spart man sich gewaltige Schauwerte für das Finale auf. Es war auf alle Fälle für die vorkommenden Charaktere. Ich meine, wir haben gar nicht darüber geredet, dass wir weder Christina noch William hier hatten. Aber das mussten wir auch nicht, weil was die Charaktere, die wir hatten, da bekamen wir eine ganze Menge geboten. Sie haben eine Menge gemacht, sie haben eine Menge Zeit und Raum zurückgelegt, haben sich an neue Orte bewegt und haben wieder die Sache in einer Art und Weise eskalieren lassen, die mich einfach nur sehnsüchtig auf die nächste Folge warten lässt. Weil wir haben jetzt die große Schwachstelle, den Riss in der Rüstung von Helloris neuer Weltordnung. Und wir haben Maeve zurück. Und ja, exciting, exciting. Bin nach wie vor gespannt darauf, wie es weitergehen wird. Ja, und ich setz jetzt einen drauf, denn für mich ist es eine starke Brückenfolge. Also die hat sicherlich ihre Schwächen und ja, an das Meisterstück von letzter Woche reicht sie vielleicht nicht heran. Aber visuell hat sie vor allem einiges zu erzählen und auch zu bieten. Schauspielerisch insbesondere von, ob es jetzt Aaron Paul ist, Aurora P. Renew oder eben The One and Only Tessa Thompson. Da wird schon viel geboten, finde ich, an der Stelle. Nee, also wie gesagt, für mich starke Brückenfolge. Ich bin jetzt gespannt, was bei der siebten kommt. Insbesondere bin ich gespannt, weil die siebte Folge, obwohl ich es gar nicht mehr dachte, die ist nämlich unter anderem geschrieben von Denise V, die ja die fantastische Absence of Field in der dritten Staffel abgeliefert hat. Ich muss sagen, also wenn die Staffel jetzt auf diesem Niveau weitermacht, beziehungsweise auf dem Niveau von Folge 5 beispielsweise, oder zumindest, sagen wir mal so ein Gemisch aus der Folge hier und aus Folge 5, also dann kann man wirklich echt zufrieden sein. Und wenn sie dann auch noch ein starkes Finale abliefern, dann könnte das eventuell die zweitbeste Staffel hier werden, Staffel 1. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Es hat uns wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind an eine ziemliche Laufzeit herangerückt. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem einige Zuhörerinnen und Zuhörer noch bei uns behalten können. Uns macht es nach wie vor Spaß. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was sind so eure Gedanken, was waren so eure liebsten Momente und wie könnte es möglicherweise weitergehen in Folge 7. Da kann man sich natürlich auch gerne den Teaser ansehen von HBO, den es da ja immer gibt, hier Two Episodes left und so weiter. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir fallen in tiefen und traumlosen Schlummer. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.